Achtung, dieser Podcast kann persönliche Meinungen enthalten und hat keinerlei journalistischen Anspruch. Nach 1950, 1952 und 1984 gewinnt der VfB Stuttgart zum viertel Mal die Meisterschale. Jetzt müsste der Ball endlich noch einmal hereinkommen, jetzt kommt er weiter mit der Pitzesberger! Mario Gomez, spitze Winkel, noch einmal nach innen, Fikmica hat den Ball und es gibt noch einmal einen Abstoß. Und jetzt sieht das Spiel aus und der VfB Stuttgart ist deutscher Fußballmeister! Herzlich Willkommen bei STR, mein Name ist Ricky und mit mir in der Leitung der Sebastian. Guten Abend Sebastian! Schönen guten Abend Ricky! Sebastian, im Vorgespräch konnten wir hören, dass bei dir im Ort jemand einen runden Geburtstag feiert. die Blaskapelle. Ja genau, der Posaunenchor ist auf Mission irgendwie und bringt ein Ständchen. Ah, fantastisch! Ich habe das Fenster geschlossen, ich mache es vielleicht nochmal auf, vielleicht... Ja, ich spiele mal ganz leise, vielleicht hört man es... Ne, sie sind fertig. Ah, schade. Na gut, vielleicht beim nächsten Mal dann. Also, du hast ja auch mal irgendwann einen runden Geburtstag und ich würde sagen, das nehmen wir dann direkt mit in die Sendung. Oh ja, schön, das wäre was. Also, örtliche oder ortsansässige Musikverein bei dir vorbeischaut. Das wird schön, da freue ich mich schon drauf. Die können ja das Intro vielleicht spielen. Oh ja, das wird auch noch schöner. Einer muss die ganzen Einsprecher machen und der andere boostet so lange auf seinem Trompete rum. Ich freue mich schon drauf. Gut, über was ich mich heute auch freue, ist, dass die Technik, glaube ich, jetzt wieder funktioniert. Letzte Woche gab es ja da leichte Probleme. Erstmal bin ich ganz froh, dass die meisten Hörer damit kein Problem hatten, dass die Audioqualität nicht ganz so gut war wie sonst. Jetzt habe ich geupdatet und hoffe einfach mal, dass die Technik diesmal hält und wir heute problemlos durch unsere kleine Sendung kommen, Sebastian. Bei dir funktioniert es ja soweit auch. Nochmal eine Besprechprobe. Ja, also, bei mir klingt das alles super, aber mir klingt es ja immer super. Also, ich höre dich jedenfalls immer super und wir hatten ja auch schon lange keine technischen Probleme mehr. Das Knacksen, was sich über Monate hinzog, haben wir irgendwann eliminiert. Insofern wurde es ja auch mal Zeit für was Neues eigentlich. Ja, ist absolut richtig. Das Knacksen ging eigentlich mit der schlechten, ich wollte fast sagen Hinrunde, aber ich glaube, es ging davor schon los. Unter Reschke ging es was ganz schlimm, glaube ich. Und dann wurde es besser. Gut, wir fangen schon wieder an zu schwafeln. Dabei wollten wir die Sendung gar nicht so lang werden lassen, denn wir wissen natürlich, wenn ihr das hört, dann ist es wahrscheinlich Donnerstag früh oder Donnerstagmittag. Und das nächste Spiel steht ja schon am Samstag an gegen Regensburg zu Hause, 13 Uhr. Deswegen soll der Podcast jetzt hier nicht epische drei Stunden lang werden, sondern etwas kompakter. Dementsprechend würde ich sagen, gehen wir auch direkt mal in die Spielanalyse unseres letzten Spiels gegen Bochum. Montag 20.30 Uhr fand da statt. Erstmal sehr ungewöhnlich, muss man sagen. Also, so richtig komme ich mit diesem Montagstermin nicht klar. Aber gut, das soll ja dann auch bald ein Ende haben. Und ja, für den VfB lief es dann trotzdem ganz gut, denn zum einen konnte Bochum zum ersten Mal seit 14 Spielen zu Hause kein... Jetzt höre ich doch wieder den Blasko. Ja, sie haben wieder angefangen. Ich lasse das Fenster jetzt mal offen, oder? Das untermalt jetzt deine Spielanalyse noch so ein bisschen. Ja, vielleicht sollte ich es dann anders sagen. Also, wie gesagt, Bochum, das war... Also, bei uns ist immer irgendwas. Wahnsinn. Also, Bochum hat in den letzten 14 Heimspielen immer ein Tor erzielt. Jetzt gegen den VfB nicht. Das war schon so ein kleiner Teilerfolg. Und auch ansonsten war das, glaube ich, so nach den letzten eher dürftigen Auswärtsauftritten gar nicht so schlecht, oder? Was sagst du? Also, ich fand schon, dass der VfB mit ungeachtet des späten Siegtores eigentlich so gespielt hat, wie ich mir das vom VfB auswärts wünsche in der 2. Liga. Von Anfang an konzentriert, hinten wenig zulassend, ja, und vorne dann erst mit einer schlechten Chanceanwertung und dann gegen Ende dann doch noch mit dem einen Tor, was dann auch gereicht hat. Also, ich war recht angetan von dem Spiel. Oh, so weit würdest du gehen? Ja, ich würde schon sagen, ja, ja, ja. Vor allem, weil sie einfach von Anfang an wirklich konzentriert auf dem Platz standen und nicht das Übliche. Sie fangen erst richtig an zu spielen, wenn sie hinten liegen, sondern, nee, jetzt hat man mal von Anfang an begonnen, Druck zu machen. Und so früh, wie man dann Bochum angelaufen hat und wie man dann früh gepresst hat und so weiter, das habe ich in dieser Saison auswärts noch nicht so häufig gesehen. Da gebe ich dir recht. Aber wie kannst du dir erklären, dass die zweite Halbzeit, wie schon gegen Aue, ja, deutlich schwächer war als die erste Halbzeit? Gut, gegen Aue kann man sagen, da kam man aus der Pause mit einer 2-0-Führung raus. Aber jetzt gegen Bochum war es ja auch wieder bemerkbar, dass der VfB dann irgendwie, ja, kaum noch Chancen hatte, anfälliger wurde hinten. Also, an was liegt das? Kann ich mir nicht erklären. Also, vielleicht ist Materazzo noch nicht lang genug da, um sein Spielsystem der Mannschaft über 90 Minuten eingeimpft zu haben. Aber ganz klar, die zweite Halbzeit war sicherlich nicht so gut wie die erste. Und nach 80 Minuten hatten wir uns ja eigentlich so insgeheim schon mit dem Punkt dann zufrieden gegeben, weil das noch ein Tor für den VfB dann fällt, hatte ich auch eher für, ja, unwahrscheinlich gehalten. Aber da war echt so ein Bruch im Spiel und das war ja auch diese Phase, wo dann der VfB-Buchum echt stärker wurde, wo man auch dann diesen Punkt, geschweige denn 3, schon wieder so ein bisschen in Gefahr sah. Also, was ich gut fand in der ersten Halbzeit war, dass der VfB wirklich aggressiv gepresst hat, das sehr gut ausgespielt hat, fand ich, also auch wie sie taktisch das Ganze angegangen sind. Das fängt im Endeffekt jetzt schon hinten an mit der Dreierkette, dass man es eigentlich geduldig aufbaut. Also, der Ball läuft gut zwischen den Reihen, wie man so schön sagt. Dabei ist es eigentlich nur Stenzel, Philips und Karasor, die sich die Bälle hin und her spielen. Dann kommt Endo als Sechser immer mal wieder mit dazu. Das sind auch die vier Spieler mit den meisten Beikontakten. Und ja, also gerade Philips wartet dann auch in diesem Spiel immer wieder auf die Möglichkeit, dass er dann einen langen Ball auf den guten Herrn Sidas Bamagyi-Tuka spielen kann. Das funktioniert dann und wann auch. Und was man auch gut gemacht hat, fand ich, war, oder ich fange anders an, es wurde, glaube ich, in dem ein oder anderen Bericht im Nachhinein kritisiert, dass Silas sehr offensiv denkt. Und das wäre ein großes Risiko, dass er sich so weit nach vorne orientiert und Stenzel eigentlich hinten alleine lässt. Ich sehe es ein bisschen anders. Also, natürlich ist es ein gewisses Risiko, aber ich glaube, der Plan war auch hier wieder, wie schon gegen Aue und auch gegen Heidenheim, dass, wenn der Außenspieler wirklich weit nach vorne rückt, dass dann zum Beispiel Didavi sich in diese Lücke fallen lässt, die dann entsteht zwischen Silas und Stenzel und dann da so eine Überlagerung der linken Seite in dem Fall schafft. Und dann gibt es natürlich immer mal die Möglichkeit, zum Beispiel für Didavi einen langen Ball rechts rüber zu spielen, auf Massimo oder Castro, wer auch immer dann sich nach vorne orientiert. Und auf der anderen Seite kann natürlich auch Didavi mit seiner Technik mal zu einem Dribbling ansetzen und dann nach innen ziehen. Also, ich finde es gar nicht so riskant, wie es dann oft dargestellt wird. Also, es wirkte auf mich in der ersten Halbzeit jetzt auch nicht so, dass Stenzel total überfordert war damit, dass er mehr oder weniger da kein Backup hatte oder keine Hilfe hatte von seinem Wingback in dem Fall. Ja, und ich denke ja, du beraubst Ilas auch eine Menge seiner Stärken, wenn du ihn zu defensiv oder dazu anleitest, zu defensiv zu denken. Weil er ist ja jetzt der klassische Spieler, der ja vor allen Dingen erst mal nach vorne gucken und spielen soll. Und wenn man ihn dann halt mit Defensivaufgaben überfrachtet, glaube ich nicht, dass er dann seine Qualitäten so richtig ausspielen kann. Ja, also sehe ich auch so. Also, wie gesagt, ich fand das ganz clever, wie das Materazzo gemacht hat. Ich fand es auch okay, wie er im Zentrum das Ganze gestaffelt hat. Da war Endo die klare Sechs. Und ja, eigentlich dann hat Castro und Manga da sich immer mal so abgewechselt mit so einer Achter- oder Halbposition, die sie dann gespielt haben. Und manchmal ist dann Mangala nach hinten gerutscht, manchmal Castro. Also das hat eigentlich ganz gut funktioniert zwischen den beiden und auch zwischen Endo. Was ich bei Mangala ein bisschen kritisiere, ist, dass er nicht konsequent mit nach vorne geht, wenn es diese Möglichkeiten gibt. Also ein konkretes Beispiel jetzt hier oder ein Beispiel jetzt hier im Spiel gegen Bochum. Man wusste ja, dass Bochum anfällig ist über die Außen, aber gleichzeitig sehr kopfballstark ist. Das heißt, so dieses ganz klassische Schema funktioniert gegen Bochum nicht. Du läufst die Grundlinie runter und flankst und im besten Fall steht da ein kopfballstarker Stürmer und der macht die Bude. Also das kann natürlich trotzdem funktionieren, aber es ist schwer, gegen die Innenverteidiger Kopfballtore zu erzielen. Also ist es ein gutes Mittel, erstmal über die Außen das ganze Ding aufzuziehen. Zum Beispiel mit Silas, der dann nach innen zieht oder eben ein Eins-gegen-eins-Duell sucht. Das hat er ja auch oft getan. Und dann zum Beispiel jemanden anspielt oder selber zum Abschluss kommt. Also das fand ich, hat der VfB ganz gut gemacht. Hier wird es mir aber jetzt gut gefallen, wenn dann Castro, der hat das ein bisschen besser gemacht als Mangala, aber hauptsächlich eben Mangala, dann konsequenter mit nach vorne gehen und sich anbieten als Anspielstation, um dann vielleicht auch mal, ja weiß ich nicht, aus 20 Metern oder so abzuziehen. Das fehlt eigentlich komplett in unserem Spiel. Und so kommst du immer wieder in die Situation, dass sich dann ein Spieler festläuft, meistens natürlich Silas, aber auch genauso Massimo, der, wenn er dann mal im Ballbesitz war, auch nicht jetzt gerade geglänzt hat, wenn es darum ging, Spieler auszudribbeln oder überhaupt dann mit guten Pässen Räume zu öffnen. Also das war alles nicht besonders schlecht, das möchte ich damit nicht sagen. Aber ich glaube, dass es hier noch ein bisschen, ja, man sagt das ja so, immer mehr Konsequenz braucht von einzelnen Spielern. Und ja, das fehlt mir so ein Stück weit. Also die Davi versucht es, das reicht mir aber nicht. Ich würde da mehr erwarten von Mangala oder eben von Castro, je nachdem, wer dann da besser positioniert ist. Aber ansonsten... Und wenn diese Schusschancen dann mal, die seltenen mal da sind, dann müssen die halt auch einfach, ja, besser verwertet werden. Wir hatten in der 13. Minute ja Endo, der aus 16 Metern vielleicht schießen kann, ist vielleicht sogar schon im Strafraum, Strafraumkante. Und am 25. dann auch Castro, der aus 18, 19 Metern schießen kann. Und er hat echt viel Platz und viel Zeit. Und da muss dann wirklich mehr bei rauskommen, als dass man dem Torwart den Ball in die Arme spielt. Also dafür sind die Spieler einfach zu gut. Sie haben Zeit, der muss dann zumindestens mal irgendwie gefährlich aufs Tor gehen. Ob er dann drin ist, ist eine andere Sache. Aber da muss man vielleicht ein paar Torschüsse noch üben oder so aus der Distanz. Ja, das ist gut, dass du das ansprichst. Denn ich habe mir im Nachhinein mal angeguckt, wo die VfB-Spieler so hinschießen, wenn sie aufs Tor schießen. Also jetzt kein reiner Torschuss, der dann auch mal daneben geht, sondern wirklich gezielt aufs Tor. Das waren in dem Spiel sieben Schüsse aufs Tor. Und davon gingen drei wirklich genau in die Mitte. Ist natürlich dann schwierig, also wenn du so ein Tor erzielen willst. Natürlich kann das auch mal funktionieren, wenn der Torwart ein bisschen doof steht. Aber grundsätzlich machst du es damit natürlich den Torwart relativ einfach, wenn du genau in die Mitte ziehst. Ich weiß nicht, woher das kommt, ob das jetzt nur Zufall war oder ob das wirklich ein Problem ist, das man so hat, dass man praktisch im Abschluss einfach zu schwach ist. Das müssen wir mal beobachten, weil davor habe ich mir das ehrlich gesagt noch gar nicht so genau angeschaut. Obwohl wir jetzt nicht besonders viele oder wenige Torschüsse hatten. 18 waren es insgesamt. Was halt wieder auffällt, dass in der ersten Halbzeit richtig die Post abging, mit 13 Torschüssen. Und in der zweiten Halbzeit dann nur noch fünf Torschüsse aufs Tor ging. Und da können wir vielleicht dann gleich mal überleiten. Wir machen es heute etwas kompakter mit dem Spiel gegen Bochum. Also wundert euch nicht, was in der zweiten Halbzeit dann nicht so gut lief. Und da fiel mir halt zum einen auf, dass die Bochumer etwas mutiger agiert haben. Also einfach versucht haben, früher den VfB anzugreifen. Und das hat auch relativ gut funktioniert. Also man konnte hinten nicht mehr so geduldig einfach hin und her die Bälle sich spielen und abwarten, bis jetzt mal ein Mann frei ist, den ich anspielen kann. Sondern es sollte eigentlich ein bisschen zackiger vonstatten gehen. Und auch hier hat mir dann gefehlt, dass eben ein Mangala oder auch ein Castro sich dann vielleicht ein bisschen mehr fallen lassen, je nachdem, wer da jetzt näher zum Ball prestiert ist, und dann die Bälle abholen und dann weiter verteilen. Also Endo hat das immer wieder gut gemacht. Dem mache ich da keinen Vorwurf. Aber ja, von Mangala hätte ich mir da auch noch mal ein bisschen mehr wünscht, obwohl der auch kein schlechtes Spiel gemacht hat. Also das ist aber trotzdem für mich ein Knackpunkt, wenn du gegen stärkere Gegner spielst und nicht darauf zählen kannst, dass irgendwann einer mal dir den Ball direkt vor die Füße spielt, dann sollte da halt ein bisschen mehr passieren nach vorne hin. Das würde ich schon bemängeln. Und ansonsten muss man sich so ein bisschen dafür bedanken, dass Bochum offensiv in den Umschaltenmomenten ja vieles falsch gemacht hat, aus meiner Sicht. Also die bewegen sich irgendwie nicht so besonders gut, brauchen immer relativ lang, bis sie die Situation eigentlich für sich erkennen. Und meistens sind dann einfach die Stuttgarter schon besser positioniert. Und so könnte man dann auch eigentlich große Räume nicht so bespielen, wie du das sonst tun würdest als Underdog im Spiel gegen Stuttgart. Also da haben wir schon ein bisschen Glück gehabt. Ja, man hat schon teilweise dann gesehen, warum der VfL Bochum auch in Abstiegsnot ist und nur zwei Punkte jetzt noch auf dem Relegationsplatz hat. Weil was die dann teilweise im Ballbesitz gemacht haben, in Offensive, das war schon, also ich habe es auf dem Sofa gesagt, aber ich glaube sogar der Sky-Kommentator hat gesagt, das war halt teilweise richtig schlecht. Also haben viel zu wenig draus gemacht. In der ersten Halbzeit war wirklich die einzig gute Szene, war diese wirklich klasse Flanke von Simon Zoller und der Kopfball von Gonvola, der hätte wirklich auch gut drin sein können, weil das war immer wirklich schnell und gut gespielt. Aber viel mehr war da ja wirklich zumindest in der ersten Halbzeit nicht. Also da war ja gar nichts. Ja, in der zweiten Halbzeit haben sie das dann noch ein bisschen verbessert, gerade durch Danilo Soares, den ich ja auch noch erwähnt habe in der Woche davor, als einer der Spieler, auf die man achten sollte. Der hat zum einen Massimo wirklich gut im Griff gehabt. 18 Zweikämpfe geführt, 14 davon gewonnen. Aber vor allem waren es die Tackles, die er immer wieder gezeigt hat, die glaube ich so einen Spieler wie Massimo dann schon beeindrucken. Obwohl Massimo, man sollte sich da nicht täuschen lassen vor seiner Statur, auch einer ist, der harte Zweikämpfe führen kann. Aber Soares war da nochmal eine Nummer krasser drauf, möchte ich mal so sagen. Und so kommen dann auch zehn Tackles zusammen, die alle sehr erfolgreich waren. Genau, da musst du zu sagen, ich fand auch gar nicht, dass Massimo so ein furchtbar schlechtes Spiel gemacht hat. Also er war wirklich ordentlich, aber Soares war halt echt nochmal eine Spur besser am Montagabend. Also der war richtig gut und hat dann da die Show gestohlen, ohne dass Massimo jetzt irgendwie total schlecht gewesen wäre. Ja und der Kommentator, ich meine mich zu erinnern, hat oft über Gamboa gesprochen, der sehr hart gegen Silas gespielt hat. Und du hast es ja glaube ich auch gerade eben schon erwähnt, dass Silas und Gamboa sich da ein richtiges krasses Duell sozusagen geliefert haben auf ihrer Seite. Das war großartig, ja. Ja, absolut. Aber was halt der Suarisch auf seiner Seite gemacht hat, war Massimo überhaupt nicht ins Spiel kommen zu lassen. Er hat immer wieder Bälle abgefangen, rechtzeitig geklärt und so konnte zum Beispiel Stenzel gar keine langen Bälle auf Massimo schlagen. Also gerade so diese quer über das ganze Feld gespielten Bälle, die Philips ja dann oft auf die Silas Seite gespielt hat. Das hat Stenzel in der ersten Halbzeit auch versucht, in Richtung Massimo. Das hat halt nicht so gut funktioniert, möchte ich mal sagen, beziehungsweise irgendwann kamen die Bälle dann eher bei Castro an oder er hat sich dann doch darauf, ja, beschränkt, die Bälle vielleicht eher dann doch in Richtung Silas zu schlagen, dann war die Linie runter. Das hat er auch gut gemacht soweit. Aber ja, Massimo kam nicht so in den Tritt, wie man sich das gewünscht hätte, glaube ich. Aber trotzdem hat er gezeigt, dass er aus meiner Sicht einen großen Schritt gemacht hat in den letzten Monaten. Und für mich ist das weiterhin ein Kandidat, der seine Möglichkeiten bekommen muss beim VfB. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er jetzt hier eine Chance verpasst hat. Wir kommen ja nachher auch zum Startelf-Tipp und da kann ich schon mal spoilern. Also bei mir ist Roberto Massimo mit dabei, auch gegen den Jan aus Regensburg. Trotzdem noch was zu Suarisch, obwohl wir den nachher auch noch mal ganz kurz beäugen. Was ich noch interessant fand, ich weiß nicht, ob nur mir das aufgefallen ist und vielleicht deswegen auch gar nicht so wahr ist, wie ich mir das jetzt gerade einbilde, aber ich war der Meinung, dass Suarisch ganz oft lange Bälle auf Dani Blum gespielt hat, der ja vor ihm gespielt hat sozusagen, ja. Und dadurch dann Blum über seine linke Seite Tempo aufnehmen konnte und gerade in der zweiten Halbzeit doch, sag ich mal, gefährliche Szenen entstanden. Also es war jetzt nicht, es waren keine großen Chancen, die sich Bochum erspielt hat, aber es waren immer so Situationen, wo du dachtest, oh Mensch, wenn jetzt noch ein oder zwei Pässe kommen, dann haben wir aber ein großes Problem. Und ich fand, das hat Suarisch richtig, richtig gut gemacht, gemacht, weil der VfB jetzt unter Materazzo das Problem so ein bisschen in den Griff bekommen hat, mit langen, oder man lässt sich mit langen Bällen nicht mehr so schnell ausspielen, wie das noch unter weiter der Fall war. So, und du musst dann empfinderisch werden als Gegner, wie kommst du jetzt trotzdem mit relativ wenig Kontakten vor das Tor? Und da war halt eine Möglichkeit, die Bälle nicht, sag ich mal, ins Zentrum nach vorne zu schlagen, sondern Linie entlang. Und das hat Suarisch immer wieder eingeleitet. Und ich sehe es jetzt auch gerade, vier seiner langen Bälle kamen an und er hat auch nur vier Versuche gehabt. Das ist eine gute Quote. 100 Prozent, würde ich sagen. Also das habe ich dann offensichtlich doch richtig erkannt. Genau, und ich wollte noch kurz was zu Roberto Massimo sagen, was ich ja auch ganz gerne vergesse und viele andere vielleicht auch, weil er schon gefühlt so ewig lange da ist. Der ist ja auch noch von Michael Reschke dann angekündigt worden in dieser legendären Pressekonferenz. Der ist ja auch erst 19, obwohl der jetzt schon gefühlt irgendwie Jahre beim VfB ist. Also der ist erst 19 und hat auch noch viel Potenzial und ich hoffe, dass er jetzt wirklich regelmäßig zum Einsatz kommt. Ja, also er braucht seine Möglichkeiten, er braucht seine Spielzeit und dann glaube ich auch, dass er sich positiv entwickeln kann. Ja, also Oberliga, die Zeiten sollten jetzt hinter ihm gehen. Ab und zu vielleicht mal, wenn es hart auf hart kommt, aber im Großen und Ganzen ist das für mich schon ein Spieler, den ich jetzt regelmäßig im Profikader sehen möchte. Ja, hat er sich auch verdient mit den Einsätzen, die er zuletzt gezeigt hat. Ja, müssen wir mal gucken, wie das weitergeht. Endo muss man natürlich noch kurz erwähnen, bevor wir dann zu den Spielern kommen, die fünf Spiele, über die man sprechen muss im Nachhinein. Endo, fände ich, hat das wirklich richtig stark gemacht, wie er die Bälle dann immer wieder abgeräumt hat als Sechser und einfach diesen Raum, der früher fast schon so unsere Achillesferse war, zwischen Mittelfeld und Verteidigung immer wieder dicht gemacht hat. Also, das liegt natürlich auch daran, dass wir jetzt mit zwei Sechsern spielen, dass das etwas besser funktioniert, aber Endo ist da halt einfach wirklich besonders stark, möchte ich mal sagen. Also, wir haben das gesehen, als er sein Debüt gegeben hat, wie Kopfball stark er ist. Das hat so ein bisschen abgenommen. Er kommt auch nicht mehr so häufig in Kopfball-Duelle, wie das noch unter Walter der Fall war, was auch daran liegt, dass es halt nicht mehr einfach nur so mit langen Bällen im Zentrum funktioniert, um uns auszuspielen. Aber wenn es jetzt in Eins-gegen-Eins-Duelle geht, gewinnt er relativ viele Zweikämpfe. In dem Fall waren es jetzt von 15 Zweikämpfen nur acht. Aber trotzdem stellt er viele Räume zu. Also, wie er sich bewegt, wenn der Gegner im Ballbesitz ist, ist auch ganz wichtig. Stellt er, wie gesagt, dann immer wieder Spieler zu. Verstellt Passwege. Also, da ist auch ganz, ganz viel Spielintelligenz mit dabei. Und ja, für mich mit einer der wichtigsten Faktoren, warum es jetzt in den letzten Spielen auch so wenig Gegentore gab. Also, absolute Bereicherung für den VfB Stuttgart. Aber das ist, glaube ich, eher eine alte News, die ich jetzt hier verkünde. Ja, aber er kann auf jeden Fall auch, er hat jetzt gezeigt, dass er die Leistung auch über mehrere Spiele am Stück zeigen kann. Also, er ist auch wahnsinnig konstant einfach. Seit er dabei ist, läuft es halt besser. Er sorgt für Stabilität und zeigt halt nicht nur ein gutes Spiel und dann wieder ein schlechtes, sondern, ja, hat sich echt auf einem ziemlich hohen Niveau stabilisiert und hilft da dem VfB unheimlich weiter. Und Massimo, da fällt mir auch noch was ein, da muss ich doch noch mal kurz zurückspringen. Massimo möchte ich jetzt hier nicht ganz so schlecht wegkommen lassen, wie das jetzt gerade den Anschein gemacht hat. Also, ich würde es so sagen, Massimo mit Licht und Schatten. So würde ich das Ganze überschreiben. Weil er dennoch, auch wenn es nicht so gut lief und er einen starken Gegenspieler hatte, drei Chancen herausgespielt hat, immer mal wieder das Dribbling versucht hat. Fünf Dribblings hat er versucht, zwei waren erfolgreich, aber ich finde das halt wichtig, dass die Spieler das trotzdem weiter versuchen. Also, Nidawi hat es halt nie versucht. Warum auch immer jetzt. Also, vielleicht gab es die Situation nicht, dass er dann gesagt hat, jetzt muss ich das Ganze mal mit einem Dribbling lösen oder wird das halt eben eine Möglichkeit, um Räume zu schaffen. Aber Massimo hat das immer wieder versucht, das wird von ihm auch verlangt und er hat es halt in dem Fall relativ schwer gehabt gegen Suarisch und hat sich da trotzdem mehr oder weniger vernünftig durchgekämpft insgesamt. Aber wie gesagt, war es jetzt nicht seine beste Partie. 21 Ballverluste sind dann auch relativ viel. Ja, wird auch wieder besser werden, so möchte ich es mal sagen. Ja, jetzt überlege ich, ob ich noch irgendwas erwähnen möchte. Wie gesagt, in der nächsten Folge werden wir dann wieder etwas ausführlicher über die Spiele sprechen, aber weil halt einfach dann die Zeit nicht mehr allzu weit oder man nicht allzu viel Zeit hat, vor dem nächsten Heimspiel sich diese Folge hier noch anzuhören, dachten wir, wir halten es etwas kompakter und ich würde sagen, Sebastian, ja gut, wir können das Tor kurz noch ansprechen, das sollten wir vielleicht tun. Also, wobei es in dem Fall nicht so viel zu analysieren gibt, das lief halt einfach ein bisschen schlecht für die Bochumer. Der Herr Saulo Decardi, wundervoller Name, hat den Silas Mamangituka irgendwie aus den Augen verloren und spielt einen Pass, den er so natürlich nicht spielen darf. Silas läuft den ab, spielt Al-Ghadoui an und was mich dann eigentlich beeindruckt hat, war mit was für einer Lockerheit und auch mit was für einer Klarheit Al-Ghadoui das Ding da reinhaut, weil ich bin mal ganz ehrlich, als ich die Situation gesehen habe, dachte ich mir, ja, der schießt daneben oder der Schuss ist so schwach oder wird geblockt. Also, ich habe überhaupt nicht damit gerechnet, dass jetzt ein Tor fällt. Wie ging es dir dann? Ja, also Al-Ghadoui hatte zumindest auswärts bei seinen Toren schon so ein bisschen was Tiroddehaftes, finde ich. Also, wenn er da den Ball bekommt, dann macht er ihn einfach auch. Also, da gibt es eigentlich gar keinen Zweifel, er macht den total abgebrüht rein und das ist ja genau diese Qualität, die wir auch brauchen und von der wir nicht so viele Spieler im Kader haben, wo du dann denkst, hey, wenn der den Ball in der 80. oder 90. bekommt und ist dann 1 zu 1 gegen Torwart, dann macht er den auch so sauber rein und das ist halt super wichtig, dass man dann jemanden hat, der dann von der Bank kommt oder auch startet, aber der, ja, die Bälle einfach dann reinmacht. Also, das fand ich eben auch, dass wir eigentlich gar nicht so viele Spieler haben, die so eiskalt, wie man so schön sagt, vor dem Tor sind und vor allem in diesen entscheidenden Momenten. Also, da brauchst du halt wirklich, ja, was ist denn, einen ruhigen Fuß oder so. Also, ich würde definitiv daneben schießen, aber ich bin ja auch kein Fußballprofi, aber ich... Na, aber ich habe mir die Frage auch gestellt, also, wer den Ball bekommt vom VfB, wer macht ihn und ich traue es Al-Ghadoui und Mario Gomez zu. Ansonsten glaube ich, hier ist momentan keine Offensivkraft im Kader, der ich zutraue, von zehn dieser Chancen neun mal einzunetzen. Ja, und trotzdem mussten wir noch so ein bisschen zittern, weil Schul noch mal die große Chance hatte zum Ausgleich und auch da fand ich, hat man halt eben wieder das gesehen, was in der ganzen zweiten Halbzeit zu sehen war, nämlich, dass der VfB ja, einfach in der zweiten Halbzeit komplett die Linie, ich möchte nicht sagen, komplett die Linie klingt wieder so extrem, aber schon irgendwie so diese Vorgabe nicht mehr eingehalten hat, die es vom Trainer gab, die ich zumindest erkannt habe, die Abstände waren, wie gesagt, zu groß und was in der ersten Halbzeit halt immer richtig gut funktioniert hat, war das Pressing-Verhalten vom VfB, also das war praktisch immer, dass die gesamte Mannschaft so verschoben oder richtig verschoben hat und das fehlte dann in der zweiten Halbzeit und wurde dann in den letzten Minuten immer bedenklicher, möchte ich mal so sagen, also da wirkte das schon wieder fast so ein bisschen behäbig alles, vielleicht täusche ich mich da auch, aber ich hatte das Gefühl, dass die nach diesem Tor sich das, da war das Thema abgehakt, wir haben jetzt drei Punkte und Feierabend und da würde mir dann doch so ein gewisser Killer-Instinkt besser gefallen, dass man sagt, okay, 1-0 ist zwar gut, aber 2-0 wäre besser, weil im Endeffekt gab es ja keine große Chance mehr des VfB Stuttgart nach diesem Tor, wenn man jetzt mal diese merkwürdige Chance von Förster da rausnimmt in der 94. Minute, das war ja auch nochmal so eine Slapstick-Nummer, die eigentlich nur Förster gelingen kann. Du weißt, was ich meine, dieser Lattenball. Naja, ich hatte mich dann vorher schon gefragt, weil das war ja die, so die letzte Chance für die Bochumer, wo Riemann ja auch mit vor unserem Tor war und dann kommt der Ball ja zu Silas, so an der Mittellinie und ich dachte, schieß doch einfach, der Riemann, der Kasper hat ja noch sonst worum, also schieß doch einfach und dann hat er den Ball fast schon verloren, hat ihn aber doch noch irgendwie und dann kommt der Ball zu Förster und der kann ja eigentlich mit dem Ball auch alles machen, nochmal an dem Schritt gehen, flach einschieben, flach schießen, irgendwas, aber nee, er schießt ja dann irgendwie an die Oberkante der Latte und der Ball geht dann, ja, haben wir es heute gesehen, Richtung Weltall und kommt dann irgendwann wieder runter und ich weiß gar nicht, Riemann hat ja gesehen, dass der noch im Spiel ist oder auch nicht oder so und dann kommt der Ball halt wieder runter, prallt knapp vor der Linie auf, prallt nochmals an die Unterkante der Latte, kommt wieder runter, wieder vor der Linie und dann hat er ihn, dann war er auch zum Glück sofort abgepfiffen, aber das war auf jeden Fall nach dem Tor die Szene des Spiels. Er hat es ja erklärt, warum er als Torwart so gehandelt hat, wie er dann eben gehandelt hat. Oh, das ist doch erklärt, okay, da bin ich gespannt. Und zwar wollte er eine Ecke verhindern, er wollte praktisch den Ball abfangen und schnell wieder nach vorne schießen, um halt eben noch die Chance auf dem Ausgleich zu haben und deswegen ist er etwas, ich sag mal, unorthodox zum Ball gegangen. Aber wollten vielleicht auch nicht, wollten vielleicht auch nicht fangen, sondern halt gleich irgendwie abkropfen lassen, dass er dann gleich, dass er das Spiel nicht unterbrochen, okay. Er wollte nicht wegfausten und wollten halt eher fangen oder wie gesagt, dann gleich stoppen oder keine Ahnung. Ich kann mir vorstellen, wenn er dann auch wirklich fängt und es fest in der Hand hat, das ist ja auch wieder dann so ein Punkt für einen Schiedsrichter, dass er sagt, okay, jetzt pfeife ich ab, aber wenn er den halt irgendwie nur abklatscht, den Ball, dass der quasi gar nicht in seinen Händen ist, dann kann der Schiri ja nicht abfeifen, kann schon abfeifen, da wird es vermutlich nicht machen, das wäre natürlich eine logische Erklärung, aber ja, wenn das Ding reingegangen wäre, dann wäre es auf jeden Fall in jedem Jahresrück seinen Platz dort gefunden, so nicht, aber es war trotzdem eine spektakuläre Szene. Keine Frage, das war sie und ja, im Endeffekt muss man trotzdem sagen, das Spiel wurde verdient gewonnen aus meiner Sicht, der VfB hat das über weite Strecken ganz gut gemacht, es wird mir jetzt ganz gut reinlaufen, möchte ich mal so sagen, wenn man in Zukunft ja einfach nicht so richtig die Linie halten kann oder die Vorgaben weiter umsetzen kann, die Materazzo den Spielern so mitgibt, dass man weiterhin versucht, sauber zu spielen, weil das ist das, was mir gegen Aue schon missfallen hat, dass man mit zunehmender Spieldauer immer unsauberer spielt, die Pässe sind nicht mehr so genau, die Laufwege passen nicht mehr so, also man hat das Gefühl, man ist nicht mehr so bereit, alles zu geben für den Sieg, sondern baut so ein bisschen ab und ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es konditionelle Gründe hat, man hat ja jetzt dann auch acht Tage, neun Tage Pause gehabt, jetzt muss ich mal überlegen, wir haben samstags gespielt, glaube ich, und dann sind es neun Tage Pause, die man hatte, oder acht Tage, wenn man jetzt das Spiel dann schon als keine Pause wertet, also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Spiele jetzt zu müde gewesen seien, um den Ball richtig zu verarbeiten, also das ist dann einfach so eine, ja, Unkonzentriertheit, die wir ja auch in der Hinserie schon häufiger beobachten mussten und das muss definitiv besser werden, also hier erwarte ich einfach mehr Konzentration über 90 Minuten, das kannst du hinkriegen, gerade gegen so einen Gegner, der, wie gesagt, selber irgendwie nie so richtig wusste, was sie jetzt mit den Freiräumen alles anfangen sollen, weil das muss man dann doch, ach komm, wir machen die fünf Spiele, über die man sprechen muss, dann kommen wir sowieso auf einen davon, über den ich jetzt sprechen wollte, ich denke mal, das macht mehr Sinn, also, fünf Spieler, über die wir sprechen sollten, unter anderem natürlich Atakan Karasor, der eine interessante Aussage getätigt hat nach dem Spiel, er meinte, ich persönlich fühle mich jetzt auf dem Platz viel wohler als in der Vorrunde, da hatte ich schon einige Schludrigkeiten drin, aber jetzt läuft es viel besser, so, ist glaube ich eine ganz gesunde Einschätzung von Atakan Karasor, es lief nicht so 100% bei ihm in der Vorrunde, wobei ich finde, er kommt auch fast zu schlecht weg, jetzt in der Nachbetrachtung diverser Zeitungen, also da wurde heute schon davon geschrieben, habe ich gelesen, dass er viele Aktionen drin hatte, die danach zu Toren führten und das weiß ich, das stimmt halt absolut nicht, also Karasor hatte zwar immer wieder seine Schludrigkeiten drin, keine Frage, aber mit seiner Passsicherheit muss man dann trotzdem sagen, hat er schon im Spiel eine gewisse Stabilität verliehen, natürlich nicht so, wie man sich das vielleicht vorgestellt hat und viele hätten sich vielleicht auch erwünscht, dass er etwas vertikaler spielt, als er das getan hat und da weiter, aber auch hier glaube ich nicht, dass Karasor das nur selbst entschieden hat, sondern das ist auch schon eine taktische Vorgabe war vom Trainer, die da umgesetzt wurde vom Spieler, also ganz so schlecht, wie jetzt im Nachhinein getan wird, war Karasor für mich in der Hinrunde nicht, aber da, wo er jetzt spielt, als Innenverteidiger, als zentraler Innenverteidiger in der Dreierkette, da ist er glaube ich ganz gut aufgehoben. Deswegen Sebastian, die Frage an dich, wie überrascht bist du eigentlich davon, dass Karasor sich als Innenverteidiger so gut macht? Schon überrascht, weil ich ihm jetzt diese nötige Zweikampfhärte nicht unbedingt zugestanden hätte, also für mich war es so ein defensives Mittelfeld, ja, Räume zustellen, Pässe spielen, Bälle verteilen, aber dass er jetzt dann, ja, in die Zweikämpfe mit den gegnerischen Mittelstürmern geht, die in der zweiten Liga dann ja meistens auch eher sehr robust daherkommen, dass das dann so erfolgreich ist, hätte ich tatsächlich nicht vermutet. Also er hat alle seine Zweikämpfe gewonnen im Spiel gegen Bochum, das ist das eine, er spielt es nicht ganz so körperbetont wie vielleicht andere Innenverteidiger, das merkt man schon, aber er gewinnt seine Zweikämpfe, darauf kommt es an, deswegen ist es okay, was auch wieder ein Bombenwert ist, 91 Ballkontakte und nur zwei Ballverluste, ja, also das ist halt auch eigentlich nichts bei so vielen Ballkontakten, also sehr, sehr sicher am Ball, klar, Innenverteidiger, der spielt ja die Bälle hin und her mit Stenzel und mit Phillips, das ist natürlich nochmal anders als, weiß ich nicht, als Mangala zum Beispiel, der natürlich dann eben versucht, die Tiefe zu spielen und dann auch riskantere Pelle zu spielen, das ist schon klar, aber trotzdem sind zwei Ballverluste bei 91 Ballkontakten, also eigentlich ein herausragender Wert, muss man sagen. Auch vier Klärungen, die wichtig waren von Atakan Karasor in diesem Spiel, deswegen habe ich ihn ja auch mit drin, bei den fünf Spielern, über die wir sprechen müssen und was ich auch ganz gut fand, auch er hat ab und zu mal versucht, lange Bälle nach vorne zu schlagen, das waren dann immer wieder so Bälle, die für Überraschungsmomente gesorgt haben, weil man sich schon so darauf einstellen konnte, wenn der Ball bei Stenzel oder meistens dann bei Phillips ist oder war, dann gibt es die Möglichkeit oder sehr wahrscheinlich ist es dann so, dass der VfB versucht, einen langen Ball eben zu schlagen und darauf haben sich die Bochumer etwas eingestellt und als das nicht mehr so funktioniert hat, über die beiden äußeren Innenverteidiger lange Bälle zu spielen, hat es dann Karasor gemacht, dreimal war das der Fall, zweimal kamen die Bälle an, also ja, fand ich dann gut, dass man das dann so gelöst hat und ich kann mir momentan keinen anderen Innenverteidiger auf dieser Position vorstellen, muss ich ehrlicherweise sagen. Das wäre jetzt dann spannend, wenn jetzt Bart Stuber und Kaminski näher wieder an die Mannschaft rücken, dann eventuell wieder fit sind, von Kempf gar nicht zu sprechen, also dann haben wir aus der keine Innenverteidiger-Situation haben wir dann auf einmal ein Überangebot an Innenverteidigern und das wird dann für Baterazzo ein schönes Puzzle da hinten, wenn er dann spielen lässt. Die Problematik besprechen wir ja eigentlich schon seit der Sommerpause, da haben wir uns ja auch schon gefragt, Mensch, wo soll der Bart Stuber spielen? Wir dachten damals auch noch, dass er Wucca eine größere Rolle spielen würde und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, deswegen hoffe ich jetzt einfach mal, dass wir es nicht schon wieder jinxen und sich jetzt reihenweise die Leute verletzen oder gesperrt werden. Ja, aber es wird schon spannend. Wir sehen jetzt ja, wir brauchen eigentlich gar keinen Innenverteidiger, weil jetzt spielt halt Atakan Karosor nominell Defensiv-Mittelfeldspieler einen überragenden oder einen richtig guten Innenverteidiger. Wenn es der nicht macht, dann macht es Endo, wenn der es nicht macht, macht es dann vielleicht Stenzel, also eigentlich brauchen wir gar keinen nominellen Innenverteidiger. Aktuell scheint es so zu funktionieren, also da gebe ich dir schon recht. Ich bin mal gespannt, ob das dann auch gegen Bochum, gegen Bochum, gegen Bielefeld zum Beispiel funktioniert. Ja, das ist halt dann nochmal eine andere Herausforderung. Aber momentan mache ich mir, was die Innenverteidigung angeht, wenig Sorgen. Ja, das sieht schon sehr stabil aus, also auch Nathaniel Phillips hat sich da ja wirklich gut stabilisiert und bei dem wäre einem jetzt dann vielleicht auch gar nicht mehr so bange, wenn er jetzt gegen Fabian Klos zum Beispiel spielen müsste. Ja, und den habe ich nämlich auch drin bei diesen fünf Spielern. Er hatte zu Beginn so seine Problemchen, da hat er mal irgendwie so einen Ball gehabt, der ihm wegspringt und einmal war auch ein Pass nicht besonders gut gespielt. Damit kann ich aber ehrlich gesagt ganz gut leben, wenn er ansonsten eine sehr gute Partie macht. Und hier muss man halt sagen, hat Nathaniel Phillips Grand-Volat komplett kalt gestellt, weil das war meistens das Duell, die beiden gegeneinander und wir haben es im Vorfeld besprochen, Gangvola ist super Kopfballspieler und hier war halt Phillips der absolute Sicherheitsfaktor für den VfB, der immer wieder die Luftzweikämpfe gegen Gangvola gewonnen hat und das ist schon herausragend, weil ja, normalerweise der Spieler sich gegen die meisten Innenverteidiger mit dem Kopf durchsetzen kann und da war ich schon beeindruckt, wie stark Phillips gespielt hat. Am Boden gab es nicht allzu viel für ihn zu tun, also Bodenzweikämpfe hat er zwar alle gewonnen, aber ich glaube, er hat nur zwei oder drei geführt, also von daher ist es nicht so beeindruckend, aber ja, zwölf Luftzweikämpfe, davon sieben gewonnen, das ist schon sehr gut, auch seine Quote, was die langen Bälle angeht, ja, die ja zu Beginn der Restrunde nicht so gut war, wird immer besser, diesmal hat er elf lange Bälle geschlagen, neun kamen an, also das hört sich schon sehr gut an, auch, ja, 87 Pässe, davon 90 Prozent an den Mann gebracht, 105 Ballkontakte, nur zehn Ballverluste, neun Klärungen, muss man vielleicht auch noch dazu sagen, auch ganz wichtig gegen schnelle Spieler wie Dani Blum oder wie eben gegen Gangvola sind diese Klärungen enorm wichtig, deswegen würde ich sagen, dass Nathenia Phillips hier definitiv eine Erwähnung wert ist bei den fünf Spielern, über die man sprechen muss, Frage an die? Also die Defensive, wirklich, wenn man sich ans Hinspiel nochmal erinnert, da hatte ja Gangvola, glaube ich, Chancen für drei bis fünf Tore, ne, und diesmal war es dieser eine einzige Kopfball in der ersten Halbzeit, der gefährlich war, also den haben sie wirklich komplett aus dem Spiel genommen, das war im Vergleich zum Hinspiel eine deutliche Steigerung. Würdest du Phillips verpflichten, also wenn es die Möglichkeit gäbe, sag mal jetzt mal, würdest du versuchen, Phillips zu verpflichten? Das musste man echt so im Gesamtpaket sehen, ne, also was wird mit aus Holger Badstuber, sieht man Karasoy in der Innenverteidigung oder doch wieder im Mittelfeld, aber jetzt grundsätzlich würde ich sagen, ist er echt einer, der da hinten solide alles wegverteidigt, wenn da das Paket stimmt, auch finanziell und so weiter, würde ich sagen, ja, warum nicht? Ja, das ist die Frage, was würde der Spieler an Ablösekosten, gibt es überhaupt die Möglichkeit, ihn zu verpflichten? Ich meine, er ist mit, er wird jetzt 23 demnächst, ich glaube im März irgendwann, ich sag mal, es ist ja auch nicht das Alter, wo noch ein Spieler komplett durch die Decke geht, also ich glaube, er wird jetzt nicht besonders, also er wird jetzt nicht wahnsinnig schnell werden, das wollte ich jetzt sagen, also er ist ja da schon etwas limitiert, ist nicht der schnellste Spieler, sein Stellungsspiel könnte noch ein bisschen besser werden, auf was ich eigentlich zu sprechen kommen will, ist, dass ich mir nicht vorstellen kann, dass der in Liverpool eine große Karriere startet, also das wird dann vielleicht eher so Premier League, Mittelfeld, beziehungsweise dann eher eine Mannschaft, die dann sich nach unten orientiert, könnte ich mir vorstellen und vielleicht gibt es da die Möglichkeit, ihn hier für den VfB zu begeistern, weil du hast Bartsch aber gerade angesprochen, es ist für mich halt eine Personalie, die ich persönlich langsam aber sicher dann schon angehen würde als einer der Spieler, die man jetzt nicht mehr unbedingt braucht, auch nicht, weil er besonders schlecht ist oder irgendwas, sondern, ja, ich sehe halt weiterhin die Probleme, die du mit Bartschu und der Bundesliga haben dürftest, ja, Schnelligkeit, Verletzungsanfälligkeit, kostet sehr viel Geld, da wäre natürlich so ein Philips, wenn der, wie du sagst, als Paket mehr Sinn machen würde, gar nicht so doof. Also wäre es auf jeden Fall ein sinnvoller Nachfolger zum Beispiel für Holger Bartschu, vom ganzen Herrn, der dann vielleicht auch nicht ganz so verletzungsanfällig ist. Man muss natürlich auch gucken, was ist mit Aydonis, was ist mit Luca Mack, haben die eine Möglichkeit, verbaut man den Jungs sonst vielleicht irgendwie die Chance, sich weiterzuentwickeln, das kann ich aktuell überhaupt nicht richtig beurteilen, weil Aydonis spielt nicht und ich habe jetzt zuletzt keine Spiele vom VfB 2 gesehen, beziehungsweise es gab ja keine bis auf das nötige Spiel und bei Luca Mack muss man halt mal abwarten, wie das jetzt nach seiner Verletzung weitergeht, also das sollte man dann auch nochmal im Hinterkopf behalten, wenn man jetzt einen Spieler verpflichtet, ist es natürlich dann auch immer eine Ansage für die eigenen Talente und da haben wir ja schon oft drüber gesprochen, dass wir die eigentlich brauchen. Wenn wir schon bei den ganzen Defensivspielern sind, dann möchte ich hier auch Gregor Kobel erwähnen, der, finde ich, wirklich richtig gut ins Jahr 2020 gestartet ist, gute Spiele gezeigt hat, auch jetzt hier gegen Bochum wieder ganz entscheidend dazu beigetragen hat, dass der VfB kein Tor kassiert hat, vier Paraden, und das ist das eine, was ich bei ihm auch immer wieder erwähne und was ich auch toll finde, sind seine Pässe, die immer an den Mann kommen, bis auf wenige Ausnahmen, also auch in dem Fall 82% Passquote, die Abschläge von ihm kommen viel genauer, als das zum Beispiel noch unter Zieler der Fall war, also auch diesmal wieder 16 Abschläge geschlagen oder lange Bälle geschlagen, so muss man es sagen, davon kamen neun an und auch wenn es allen zum Hals raushängt, ich erinnere da wirklich an Zielers Abschläge, Abwürfe, da war es ja froh, wenn die noch im Stadion geblieben sind, also das war ja schon ein Erfolg, wenn der Trainer an der Seitenlinie den Ball noch fangen konnte und das sieht jetzt halt schon viel besser aus unter Gregor Kobel und auch da glaube ich, dass er, wenn es uns gelingt, ihn zu verpflichten, ein ganz, ganz wichtiger Spieler werden könnte für eine, ich möchte sagen, drohende Bundesliga-Saison, weil da brauchst du halt genau diese langen und präzisen Abschläge, weil damit leitest du halt Konter ein und ich kann mir nicht vorstellen, dass wir, sollten wir aufsteigen, jetzt die Mannschaft sind, die den Ball viel haben wird, sondern da kommt es darauf an, dass wir schnelle Gegenstöße zeigen und dann wäre halt so ein Torhüter mit so einer Spieleröffnung nicht das Allerdümmste, möchte ich mal so sagen. Genau und das ist jetzt ein Softskill, der sich in reiner Statistik dann wiederfindet, aber er strahlt halt einfach eine unglaubliche Sicherheit da hinten aus und wenn dann in der 89. Minute dann noch so ein Ball dann da irgendwie reinsegelt, dann weißt du, wenn er den halten kann, dann hält er den auch. Das ist jetzt nicht so, wie früher, dann bei Sven Ulreich, dass du bei jeder Flanke, die irgendwie in den Strafraum reinsegelte, irgendwie Schweiß nach Hände bekommen hast, sondern du weißt, also der fängt die und der lässt die auch nicht fallen oder durchflutschen, sondern der fängt die und ich glaube, so wie wir das wahrnehmen, nehmen das ja auch dann seine Mitspieler wahr und das gibt dem ganzen Defensivverbund natürlich da hinten Sicherheit. Ja, wenn man das jetzt auch die ganze Saison auch sich nochmal anschaut, die Statistiken, dann sieht man zum Beispiel, dass Gregor Kobel der einzige Zweitliga-Stammkeeper ist, der noch kein Gegentor von außerhalb des Sechzehners bekommen hat. Ist auch eine Stärke, die nicht jeder Torhüter hat offensichtlich. Er ist ligaweit der drittbeste Torhüter, wenn es darum geht, rauszulaufen. Dann Daniel Fernandes von Bielefeld ist da auch sehr gut, Ron-Robert Zieler macht das ganz gut, aber auch eben dann Gregor Kobel, der in den richtigen Momenten rausgeht, die Bälle dann auch hat, also das Rauslaufen ist das eine, du musst natürlich dann auch den Zweikampf oder den Ball dir schnappen, das macht er sehr gut. Dazu kommt es ja inzwischen und da sind auch nur noch zwei Torhüter besser. Zum einen Kevin Müller von Heidenheim mit zehn Spielen ohne Gegentor und zum anderen Stefan Ortega von Bielefeld. Ja, das stimmt. Jetzt habe ich es auch gemerkt, dass Daniel Heuer-Fernandes ja beim HSV spielt und nicht bei Bielefeld. Also das möchte ich nochmal zurückziehen, wenn es ums rauslaufen geht. Stefan Ortega von Bielefeld ist aber siebenmal zu null geblieben in der Saison und wie gesagt, jetzt Gregor Kobel sechsmal zu null geblieben. Also auch da muss man halt sagen, richtig, richtig bockstarke Verpflichtung von Sven Mislint hat und da wäre jetzt halt wirklich die Krönung, wenn man den irgendwie bekommen könnte. Ja, also das ist halt echt auch so ein Thema gewesen in den letzten Jahren beim VfB, so eine solide Nummer eins, auf die du dich verlassen kannst. Du hast es ja eigentlich schon perfekt zusammengefasst. Also von daher hat Gregor Kobel diese kleine Besprechung von uns hier auch sich redlich verdient mit guten Leistungen. Und den letzten, den ich jetzt vom VfB mit reinnehme, das ist Silas, der mir gut gefallen hat. Ich weiß, oder ich frage erstmal dich, wenn du ihn so siehst und merkst, wie er da, sag ich mal, sehr unorthodox versucht, Zweikämpfe zu führen beziehungsweise dann eben mit dem Ball direkt auf den Gegner zusprintet, in den richtigen Momenten vielleicht das Abspiel verpasst. Wie siehst du ihn so als Wingback unter Matarazzo? Also ich liebe das, wie er spielt. Sehr, sehr risikoreich, oft mit falschen Entscheidungen, aber ja, der ist auch noch so jung, das sei ihm verziehen und er bringt halt wirklich ein bisschen Chaos rein. Also ein Stück weit ins Spiel des VfBs, aber vor allem halt in die Defensive des Gegners. Und ich glaube, dieser Faktor, der ist halt unheimlich wichtig, vor allem wenn du halt gegen Gegner spielst, die da hinten so tief drinstehen und die Räume dicht machen, da ist einer wie er halt Gold wert. Und wenn halt dann das Dribbling oder wenn er halt zehnmal direkt auf den Mann läuft und neunmal scheitert, das eine Mal klappt es dann vielleicht und dann hat er den Raum und spielt dann doch mal den Pass auch vernünftig in die Mitte und dann schießt er halt in der 80. Minute halt dann das 1-0 und alleine dafür ist er Gold wert und ich sehe ihn total gerne spielen und ich finde auch, dass er da auf dem Flügel sehr gut aufgehoben ist. Also was mir sehr gut gefällt bei Silas ist, dass es ein sehr fleißiger Spieler ist. Das kommt für mich ein bisschen zu kurz, weil er ja schon so als technisch verspielt und so ein bisschen geht, aber er legt zum Beispiel knapp elf Kilometer zurück auf seiner Seite, also das sind ja fast schon Santi-Werte, muss man sagen, hat 22 Zweikämpfe geführt, davon zwar nur acht gewonnen, aber ja, ich kann damit leben, wenn es ein Offensivspieler ist, noch mehr wäre natürlich besser. Acht Dribblings hat er versucht, vier waren erfolgreich, auch das ist gut. Seine Passquote ist gar nicht so schlecht, wie es manchmal aussieht. 85 Prozent seiner Pässe kommen immerhin an und das sind dann insgesamt glaube ich 30 genaue Pässe gewesen, die er gespielt hat im Spiel gegen Bochum und von diesen 30 Pässen hat ein Pass zu einem Tor geführt, einer hat eine Chance eingeleitet und mit einem dritten Pass hat er eine Großchance rausgespielt. Also hat er hier drei wirklich wichtige Szenen gehabt, die er allein durch Pässe eingeleitet hat. Also ich verstehe schon die Kritik, ja, also hier und da könnt ihr halt einfach früher spielen, aber dann muss man halt sagen, der S19, der muss sich wahrscheinlich auch noch diesbezüglich entwickeln und das wird auch noch kommen, glaube ich. Also der bringt so viel mit und wie du sagst, er ist halt einfach unberechenbar, nicht nur für uns, sondern auch für den Gegner und dann haben wir uns doch eigentlich die ganzen letzten Jahre gesehnt. Also das ist natürlich jetzt kein Spieler, der wie Manet schon relativ weit ist von seiner Entwicklung. Also Manet war ja damals, glaube ich, 21, oder? Also bei uns war es möglich, ja. 22, 21, der war etwas weiter, möchte ich sagen. Silas ist da noch ein bisschen tapsiger, aber ja, also ich finde das sehr interessant, den Weg von Silas mitzuverfolgen und ich kann mir vorstellen, dass sollte der VfB aufsteigen, Silas mit seiner Schnelligkeit und eben mit seiner unorthodoxen Spielweise für die ein oder andere interessante Szene gut sein könnte in der Bundesliga. Also da freue ich mich schon drauf, muss ich sagen. Ja, total, weil du hast immer den Eindruck, er weiß ja selbst nicht, was er als nächstes mit dem Ball machen will und wie soll es dann der Gegner wissen. Und er hat mit Gamboa auch echt einen starken Gegenspieler gehabt, aber auch da fand ich gut, wenn Silas halt einen Zweikampf verloren hat und den Ball verloren hat, dann ist er halt wirklich hinterhergegangen, hat dann teilweise, klar, noch einen Offensivfoul irgendwie begangen, aber es ist keiner, der dann irgendwie stehen bleibt und guckt, wie der Gegenangriff rollt, sondern er versucht dann wirklich, sich den Ball halt zurückzuholen und das ist schon schön anzugucken. Genau, deswegen auch noch meine Erwähnung mit, dass ich es einfach stark finde, wenn ein Spieler so fleißig ist wie er, ist nicht selbstverständlich, gerade bei diesen, ich nenne sie jetzt einfach mal despektierlich, schönen Spielern. Frage noch zu Gamboa, fandst du, dass er zu spät die gelbe Karte gesehen hat? Ich habe die Zweikämpfe jetzt gar nicht mehr so im Blick, aber also die beiden haben sich ja beide nichts geschenkt, das war jetzt ja nicht so, dass man sagte, hey, der Gamboa tritt unseren Silas kaputt, sondern die beiden, ja, waren da ja wirklich auf Augenhöhe und ja, fand ich jetzt okay. Okay, dann möchte ich das nicht weiter vertiefen und komme zum letzten Spiel, über den wir noch kurz sprechen müssen und wir haben es schon getan, deswegen gibt es nur noch eine kleine Zusammenfassung. Danilo Zoharisch, fand ich, war der stärkste Bochumer am Montag und ja, zum einen hat der Masse, ihn gut im Griff gehabt, dann die Daten, die ich vorhin schon genannt habe, mit zehn Tackles, drei Klärungen, viele abgefangene Bälle, 16 Zweikämpfe bestritten, 13 gewonnen, nur neun Ballverluste bei 64 Ballkontakte, auch er mit knapp elf Kilometern, die er zurückgelegt hat, das ist schon ein wichtiger Spieler für Bochum und ich freue mich ein Stück weit, dass ich den richtig eingeschätzt habe, weil er für mich schon so der war, der neben Gamboa am meisten herausstach, als ich mir die Bochumer im Vorfeld so ein bisschen angeschaut habe und ich gebe es ganz ehrlich zu, den hatte ich überhaupt nicht auf dem Schirm, also er hat mich dann wirklich in dieser Recherche zur letzten Ausgabe begeistert und jetzt das Ganze nochmal bestätigt, also starke Leistung von dem Herren, ja, anders kann man das nicht sagen. Gut, dann würde ich sagen, ich habe noch ein Spiel, über den wir eigentlich nicht sprechen können, da ist meine Frage, was ist eigentlich mit Borna Sosa, der war nicht mal im Kader, oder? Der ist doch nicht verletzt, der ist doch eigentlich in der Spiele, oder? Er hat sich erkältet, der hatte einen kriptalen Infekt, ja, ist deswegen zu Hause geblieben und konnte der Mannschaft nicht helfen, hat aber, heute ist Mittwoch, gestern, genau, gestern hat er wieder trainiert, also der ist eine Option für Samstag. Okay, aber das hat mich gewundert, weil er hat ja gegen Aue, glaube ich, auch nicht gespielt. Gegen Aue hat er nicht gespielt, aber da war er ja auch, soweit ich weiß, angeschlagen. Wegen seiner Hand, ach ja. Was war denn denn nochmal? Nee, das ist auch schon wieder her. Also, ja, irgendwie ist der so ein bisschen vom Bildschirm verschwunden und jetzt war ich mir nicht ganz sicher, ob der eventuell aus Leistungsgründen vielleicht sogar gar nicht im Kader steht, aber dann war es erkältungsbedingt. Es war erkältungsbedingt. Ich überlege gerade auch, wo du den jetzt unterbringen würdest. Ja, eben, das ist ja die Frage. Ja, ja, für ihn wird es auch nicht unbedingt leicht. Das wäre halt wieder so die Waffe für, wir kriegen nicht so richtig Zugriff aufs Spiel, jetzt braucht man jemanden, der eine gute Flanke schlagen kann. Also, das haben wir ja gesehen, dass er das hervorragend kann. Deswegen glaube ich, dass das schon eine Option sein könnte, wenn es mal gegen Regensburg nicht so einfach funktioniert, wir uns keine Chancen herausspielen, dass du dann ihn bringst, der dann die Flanken vorne reinzimmert und ja, da muss da halt irgendjemand richtig stehen. Aber eigentlich musst du dich einfach nur nicht bewegen, dann trifft dich die Flanke schon irgendwie. Interessant fand ich noch, dass relativ viele Spieler vom VfB, also von zwei weiß man es ganz sicher, von zwei anderen weiß ich nicht, ob man es wissen darf. Auf jeden Fall waren insgesamt mindestens vier Spieler gestern beim Champions-League-Spiel in Dortmund. Das fand ich noch interessant, dass es offensichtlich für Materazzo okay war, dass die Jungs dann am Dienstag nochmal zum Champions-League-Spiel nach Dortmund fahren durften, weil am Dienstag gab es ja auch das Regenerationstraining in Stuttgart, das heißt, die sind nicht da oben geblieben, sondern sind nach Hause und dann nochmal nach Dortmund. Das fand ich interessant. Heute gab es ja auch frei, trainingsfrei, was auch ungewöhnlich ist, wenn du samstags wieder spielst, aber Materazzo scheint zufrieden zu sein. Gut, Sebastian, ich glaube, dann sind wir soweit durch mit Bochum. Wie gesagt, etwas kompakter als sonst. Ich hoffe, ihr seht uns das nach und vielleicht hat es euch sogar besser gefallen, dann könnt ihr uns das natürlich gerne mitteilen. Ansonsten gibt es in der nächsten Ausgabe wieder die sehr ausführlichen Analysen von Sebastian und mir. Gut, dann kommen wir jetzt zum nächsten Gegner, Jan Regensburg und auch hier kann ich aus dem Nähkästchen blauen. Im Vorgespräch habe ich zu dir gesagt, das war für mich mit die schwerste Vorbereitung auf den Gegner, weil mit Jan Regensburg kann ich nichts anfangen. Das liegt jetzt aber nicht daran, wie die Fußball spielen, sondern jetzt sage ich was und ich bin mir sicher, dass mir das wieder auf die Füße fällt im Nachhinein. Aber das ist halt für mich so ein Verein, den ich eigentlich so in der Regionalliga sehe oder so. Also deswegen erst mal Hut ab vor den Leistungen, die die jetzt in den letzten Jahren gezeigt haben. Aber das ist halt für mich wirklich dann noch eine Nummer kleiner als ein Tausend, obwohl das ja tabellarisch gar nicht stimmt. Die sind auf Platz 5 aktuell. Wie siehst du Regensburg grundsätzlich? Hast du dich überhaupt mit der Mannschaft jemals befasst? Also im Vorm Hinspiel ein bisschen. Ich weiß, dass unser ehemaliger Reservekeeper dort hingewechselt ist und eine gute Figur dort macht. Aber ansonsten sind das für mich wirklich wie für dich auch so die Grauzonen der 2. Liga. Also im letzten Spieltag hat ja Jan Regensburg zu Hause gegen Wien Wiesbaden gespielt. Und wenn du mir jetzt die 22 Namen der Spieler auf dem Feld sagen würdest und mich dann bitten würdest, ordne mal zu, wer für Regensburg und wer für Wien Wiesbaden spielt. Ich hätte eine erschreckend hohe Fehlerquote. Also ich inzwischen nicht mehr, weil ich natürlich jetzt mehr mit Jan Regensburg auseinandersetzen musste im Vorfeld zu diesem Spiel. Und deswegen erzähle ich dir ein bisschen was, was ich über Jan Regensburg herausgefunden habe. Also zum einen finde ich es interessant, dass Jan Regensburg an einem Freitag, dem 3.12.1976, gegen den VfB Stuttgart ein Pflichtspiel gewinnen konnte. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm. Aber vor 6.000 Zuschauern gewann der VfB damals in der 2. Bundesliga Süd. Ich glaube, da gab es noch zwei Bundesligen, Süd und Nord oder so. Du meinst Jan Regensburg gelang der Sieg. Genau. Vor 6.000 Zuschauern mit 3.0, habe ich gesagt, dem VfB Stuttgart gelang. Ja, genau. Die haben es dann im Rückspiel dann trachen lassen. Da gab es nämlich richtig auf die Mütze. Genau. Im Rückspiel gewann der VfB dann 8.0 gegen Regensburg mit 6 Ottmar-Hitze-Toren. Das wurde, denke ich, immer schon häufiger thematisiert. Da müssen wir jetzt nicht detailliert drauf eingehen. Und insgesamt gab es 9 Duelle zwischen Regensburg und dem VfB. Also 9 Pflichtspielduelle, möchte ich mal so sagen. Und 6-mal gewann der VfB. 2-mal trennte man sich unentschieden. Und dann gab es eben am 3.12.1976 diese dann doch deftige Niederlage mit 3 zu 0. Dementsprechend erwarte ich jetzt natürlich so einen gewissen Revanche-Gedanken des ein oder anderen Spielers. Obwohl das, glaube ich, mittlerweile schon erfolgt ist mit dem 3-2-Sieg im Hinspiel. Aber gut, sei es drum. Dann muss man so allgemein sagen, dass Regensburg für mich wirklich ganz, ganz schwer nur einzuschätzen ist. Sie stehen zwar auf Platz 5. Das sieht alles ganz okay aus. Aber zuletzt, fand ich, haben sie wirklich sehr schwach gespielt. Gegen Fürth 0-2 verloren. Gegen Bielefeld deftig 0-6 verloren. Und jetzt auch gegen Wien-Wiesbaden. Das Spiel habe ich mir komplett angeschaut. Er hat, kann man auch sagen, eher schmeichelhaft 1-0 gewonnen. Und es gab noch eine Aussage von Jan George, dem Flügelspieler von Jan Regensburg, der meinte, wir sind froh, dass wir nicht mit drei Niederlagen am Stück nach Stuttgart fahren müssen. Das klingt schon so, als ob man sich eigentlich darauf einstellt, dass es nicht allzu viel zu holen gibt. Und ich bin der Meinung, hier müssen wir ansetzen. Wir müssen gleich ab der ersten Minute wirklich den Jungs dieses Gefühl geben, dass sie hier nichts, aber rein gar nichts mitnehmen werden. Da finde ich auch gut, wie die Mannschaft zuletzt aufgetreten ist. Gegen Aue war man sofort präsent. Und auch jetzt gegen Bochum hat es einen guten Eindruck gemacht, wie man da rauskam, direkt ab der ersten Minute. Und so musst du das hier auch angehen. Sobald die Lunte riechen, sind die einfach gefährlich. Da komme ich gleich noch drauf zu sprechen. Aber an und für sich ist die aktuelle Verfassung von Jan Regensburg nicht allzu berauschend. Also vier Niederlagen in den letzten zehn Spielen, darunter eben dieses von mir gerade angesprochene deftige 0 zu 6 am 21. Spieltag gegen Bielefeld. Dann zum Beispiel auch 1 zu 4 gegen Karlsruhe verloren. Also das musst du ja auch erstmal hinbekommen. Das ist jetzt auch keine Übermannschaft, wohlwollend ausgedrückt. Ja, gegen Aue mit 0 zu 1 verloren. Fürth habe ich gerade eben schon angesprochen. Also ich glaube, wir müssen uns vor denen nicht in die Hose scheißen. Dazu kommt, dass die relativ empfangsbereit sind für Gegentore, um es mal vornehm auszudrücken. 36 Gegentore bislang. Nur fünf Teams haben mehr Gegentore kassiert. Und das sind alles Teams, die relativ weit unten stehen in der Zweitliga-Tabelle. Zum Beispiel Karlsruhe mit 42 Gegentore. Um das jetzt auch nochmal zu erwähnen, weil gerade da freut es mich ganz besonders. Platz 16. Wien Wiesbaden hat mehr kassiert. Dresden. Das sind aber alles Mannschaften, die wie gesagt ganz unten stehen. Und das ist dann schon bemerkenswert, finde ich, dass du auf Platz 5 stehst und zu eigentlich den Mannschaften gehörst, die die schlechteste Defensive in der zweiten Liga haben. Also auch hier erhoffe ich mir dann einfach viele Möglichkeiten, die wir dann nutzen können. Und ja, ich hätte mir natürlich auch so ein bisschen Gedanken gemacht, woher das kommt, weil Jan Regensburg und der, wie heißt er denn, der Mainz-Trainer. Zedem Begovic. Ja, das ist der aktuelle Trainer. Hat der davor, meinst du? Ja, war der, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein. Alle schreien jetzt ganz laut. Nee, ich glaube, da schreit niemand ganz laut. Also mir liegt es auf, auf Bayer Lorzer heißt er natürlich. Achim Bayer Lorzer. Unter dem haben sie eigentlich einen sehr erfrischenden Fußball gespielt. Also haben zwar auch mal auf die Fresse bekommen, aber ich fand, der Fußball, den sie ja gespielt haben, der sah eigentlich wirklich gut aus. Und es hat sich jetzt so ein bisschen geändert. Und da meinte Merzat Selim Begovic neulich mal, also vor allem, ich glaube, nach dem Bielefeld-Debakel war es, als er die Aussage getätigt hat, da meinte er, wir dürfen nicht Harakiri spielen. Also hat so ein bisschen versucht, die Mannschaft einzubremsen, hatte ich das Gefühl. Und das würde mich natürlich jetzt schon mal brennend interessieren, wenn ich jetzt mit einem Regensburg-Fan zum Beispiel sprechen könnte, wie der das sieht. Ob so eine Vorgabe, dass man eben dann nicht, sagen wir mal so relativ locker, leicht und sich ohne große Gedanken zu machen, auf den Platz zu gehen, ob das nicht besser wäre für Regensburg. Und diese sehr taktische Spielweise, gerade jetzt in der Restrunde, eher Probleme verursacht für Regensburg. Das konnte ich nicht so richtig herausfinden, aber ich fand es interessant, dass Selim Begovic das sogar angesprochen hat, dass man etwas kontrollierter spielen möchte und eben nicht mehr so ganz übervollartig, wie man das vielleicht noch unter Bayerlotzer getan hat. Obwohl ich das, wie gesagt, sehr, sehr interessant fand, die Spielweise. Gut, dann kommen wir jetzt mal zu der Spielweise von Regensburg und zu den Stärken und Schwächen. Also Regensburg versucht defensiv sehr aggressiv zu spielen. Da schrillen natürlich schon wieder alle Alarmglocken bei uns. Sie haben richtig gute Innenverteidiger mit Sebastian Nachreiner und Marcel Correa, die zum einen zu den Spielern gehören, die die meisten Tackles in der zweiten Liga positiv beenden oder für sich entscheiden können. Also Correa liegt ja sogar auf Platz 5 von allen Zweitligaspielern. Das ist schon erwähnenswert. Außerdem klären beide Spieler enorm viele Bälle. Auch da sind sie richtig gut. Die Außenverteidiger, meistens Benedikt Seiler und Okoronchi, heißt der Kollege, glaube ich, die fangen enorm viele Bälle ab. Also auch hier einfach nur ein Ball nach vorne schlagen, wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Die stehen da schon relativ solide. Dementsprechend ist es natürlich dann auch wieder verwunderlich, warum sie so viele Gegentore kassieren. Also wenn man es jetzt so überschlägt, dann müsste es ja so sein, dass man unglaublich viel zulässt. Also unglaublich viele Chancen oder beziehungsweise lange Bälle zulässt, Flanken zulässt. Und man klärt dann schon verhältnismäßig viel, aber dennoch kommt immer noch genügend durch, um dann eben 36 Gegentore zu kassieren. Und es liegt ja auch nicht am Torwart. Es liegt auch nicht am Torwart. Da kommen wir auch noch gleich drauf zu sprechen. Dann gehe ich mal davon aus, dass es im Mittelfeld das andere Problem gibt. So, haben wir das jetzt einfach mal analysiert. Offensiv setzt man eher auf lange Bälle. Außerdem ist es auffällig, dass man eigentlich immer Außenspieler einsetzt, die sowohl auf links wie auch auf rechts spielen können. Also man sieht dann oft, dass zum Beispiel Jan George, der häufig auf der linken Seite anfängt, dann mal nach rechts wechselt. Der Eric Weckesser oder Weckesser, ich weiß jetzt nicht genau, wie die Betonung richtig ist, der macht das auch immer ganz gern, dass er die Seiten mal wechselt. Ich glaube, Jan-Marc Schneider hat ein paar gute Spiele gemacht auf der rechten offensiven Außenposition. Also das ist auch jemand, auf den man so mal achten könnte. Und das ist so ein Stilmittel von denen. Auch, dass man dann in die Mitte zieht und versucht halt über Außen erstmal so ein bisschen Raumgewinn zu erzielen. Und dann, wie gesagt, zieht man in die Mitte und spielt dann halt eben den Stürmer an. Andreas Albers ist das in der Regel. Und ja, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen, dass der auch gar nicht so selten dann die Tore erzielt für Jan Regensburg. Was man auch erwähnen muss, ist natürlich Marco Grüttner, den man hier beim VfB ja noch ganz gut kennt. Der spielt enorm viele Großchancen raus. Habe ich mal geguckt. Ligaweit auf Platz 9. Das ist auch erwähnenswert, würde ich sagen. Also müssen wir gucken, dass der nicht allzu viel Platz hat und nicht allzu viele gute Pässe spielen darf. So, jetzt kommen wir aber zu den Punkten, die so ein bisschen erklären, warum Regensburg so viele Gegentore bislang kassiert hat. Zum einen verlieren sie einfach zu häufig und auch zu leicht den Ball, sind anfällig über die Flügel. Und ich glaube, das liegt dann wirklich an den offensiven Außenspielern, eben Jan George oder von mir aus dann Jan Mark Schneider, je nachdem, wer halt dann da spielt. Also Jan George ist eigentlich gesetzt, muss man sagen. Und der Gegenpart, das wechselt dann eher mal. Also deswegen müssen wir da abwarten, wie sich das dann am Samstag darstellen wird. Aber über die Flügel sind sie anfällig. Außerdem haben sie Probleme bei Standards, kriegen da relativ viele Gegentore und haben Probleme, wenn ja einfach Mannschaft technisch gut ist, beziehungsweise deren Einzelspieler besondere technische Fähigkeiten haben. Also auch da könnte man vielleicht darauf hoffen, dass ein Didavi mit dem ein oder anderen Kunststück was bewirken kann und natürlich auch ein Silas ansonsten, weiß ich nicht, wen wir da so zu bieten haben, der besonders trickreich agiert. Vielleicht dann doch auch noch Massimo, aber dann, glaube ich, wird es schon langsam dünne bei uns, oder? Ja, aber das sind ja schon einige Namen jetzt, die, denke ich, die Defensive von Regensburg so ein bisschen in Unordnung versetzen können durch individuelle Klasse. Ja, also auch hier könnte ich mir eine Spielweise vorstellen, ähnlich wie gegen Bochum, dass man halt versucht, mit Silas einfach jemanden relativ straight immer eine Linie runterzuschicken und dann in Duellen zu jagen, möchte ich mal so sagen. Und die Davi ist halt dann der Spieler, der noch so dieses Kreative mit reinbringen soll. Vielleicht auch ein Castro, könnte man vielleicht auch noch dazunehmen. Von denen erwarte ich mir dann schon was, dass da was kommt gegen Regensburg. Ich fand auch gegen Leverkusen dann teilweise diese, du hast es ja gesagt, man wollte über die Flügel spielen, aber gegen einen kopfballstarken Gegner dann nicht unbedingt so mit konventionellen Flanken. Und ich fand dann diese Bälle, die dann oft von oder öfters von die Davi reinkamen, so gechippt halt in den Strafraum, die fand ich nicht uninteressant. Also da gab es dann ja auch häufiger Alarm bei Bochum. Vielleicht sehen wir sowas jetzt häufiger. Gut, dass du das ansprichst. Das habe ich nämlich vorhin vergessen. Gegen Bochum hatte ich das Gefühl, dass man ganz bewusst nicht kopfhohe Bälle in den Strafraum spielen wollte. Also dass man sich darauf geeinigt hat, maximal so auf Brusthöhe die eigenen Spiele anzuspielen. Weil es gab das andere Mal eine Situation, wo ich mir so dachte, Mensch, jetzt wäre eigentlich eine Flanke gar nicht so schlecht oder ein hoher Ball von mir aus auf Gombes, der dann ein paar Mal auch ganz gut stand, aber irgendwie nicht angespielt wurde. Und man hat sich dann eher für die flachere Anspielvariante entschieden oder dann halt maximal so auf Brusthöhe. Also entweder können die nicht höher schießen, aber da macht ein großes Fragezeichen dahinter. Deswegen dachte ich, dass das eine taktische Vorgabe vom Matarazzo ist. Aber da müsste ich jetzt den Pellegrino fragen. Ich weiß nicht, ob der jetzt ans Telefon geht. Na gut. Gut, ein paar Sachen kann Regensburg auch richtig gut. Gut, zum Beispiel ist Regensburg besonders gefährlich, wenn sie kontern können. Das sollte uns natürlich zu denken geben. Und was auch interessant ist, um Tore zu erzielen, brauchen sie nicht besonders viele Chancen. Also auch da muss man sagen, Hut ab, Regensburg. Die haben eine richtig gute Chancenverwertung. Das heißt, wir sollten Regensburg vielleicht nicht allzu viele Möglichkeiten geben, wie jetzt zum Beispiel Bochum, in Konto-Situationen ein Tor zu erzielen. Die Chance, dass die dann treffen, ist besonders hoch, möchte ich mal sagen. Auch, das möchte ich auch noch erwähnen, wenn ihr wahrscheinlich bester Offensivspieler fehlt, und das ist Sebastian Stolze, mit vier Toren und sieben Vorlagen, ist das wirklich so der Spieler, der bislang den Unterschied ausgemacht hat für Regensburg. Der hat sich allerdings im Restrunden-Auftaktspiel gegen Hannover direkt Marsjochbein gebrochen und fällt noch eine ganze Weile aus. Aber der fehlt Regensburg schon sehr. Ja, also das könnte vielleicht auch eine Erklärung sein, warum es dann gegen Fürth und gegen Bielefeld noch nicht mal ein Tor gab von Jan Regensburg. Was eigentlich untypisch ist, weil sie ja sonst mit 34 erzielten Toren gar nicht so wenig Treffer gemacht haben. Gut, Sebastian. Dann, wenn es keine Nachfragen deinerseits gibt, würde ich sagen, gehen wir direkt auf die drei Spieler über, auf die man achten sollte. Also, nee, keine Nachfragen meinerseits. Ich fühle mich jetzt bezüglich Regensburg ausreichend informiert. Ja, und ich treibe es jetzt noch auf die Spitze. Drei Spieler, auf die man achten sollte. Los geht es mit Andreas Albers. Das ist der Stürmer der Regensburger, der im Sommer, ich glaube, von Wiborg kam. Hatte niemand so richtig auf dem Schirm. Aber ich kann dir schon mal sagen, der trifft relativ regelmäßig, beziehungsweise bereitet auch jede Menge Tore vor. In zwölf Spielen für Regensburg konnte er bislang zehn Scorer-Punkte sammeln. Also sechs Tore, vier Vorlagen und Obacht, vier Auswärtstore hat er erzielt. Also, da müssen wir wirklich gucken, dass wir den in den Griff bekommen. Aber in den letzten fünf Spielen hat er nur ein Tor erzielt und auch nur eine Vorlage bei Steuern können. Ich glaube, sogar letzte Woche jetzt gegen Wien Wiesbaden war es Albers, der das Tor vorbereitet hat. Ja, also, das ist ein guter Spieler, den man so richtig gar nicht so auf dem Zettel hat. Vor allem hat er einen guten Schuss, ein gutes Kopfballspiel. Trotzdem vergibt er eigentlich noch relativ viele Chancen. Also, ich habe ja vorhin gesagt, dass Regensburg eigentlich eine gute Chancenverwertung hat. Wenn es da vorne den Albers nicht gäbe, der dann trotzdem noch relativ häufig trifft, dafür, dass er eine schlechte Chancenverwertung hat, dann könnte, glaube ich, Regensburg noch weiter oben stehen, als sie das jetzt eh schon tun. Also, da muss es sich noch verbessern. Also, er vergibt wirklich zu häufig dann relativ große Chancen. Sein Passspiel ist nicht so besonders gut, aber das braucht er vielleicht jetzt auch nicht so dringend, wie, was weiß ich jetzt, irgendwie ein offensiver Mittelfeldspiel, von daher, als Stürmer wirst du an Toren gemessen und da finde ich die Quote sechs Tore in zwölf Spielen nicht so schlecht. Ja, bestimmt. Kann man so lassen. Ansonsten kann ich dir nicht allzu viel über diesen Spieler sagen. Dann kommen wir zu Alexander Mayer. Den kennen wir natürlich noch aus Stuttgart, beziehungsweise, ja, so richtig kennen wir ihn eigentlich nicht. Er hat ja nie für den VfB spielen dürfen, jedenfalls nicht in Pflichtspielen. Er ist deswegen dann auch im Sommer vom VfB nach Regensburg gewechselt, ist da inzwischen die unumstrittene Nummer eins und das absolut zu Recht. Ligaweit der Torhüter mit den meisten Paraden, also der fischt da jede Menge raus für die Regensburger und ligaweit ist er auch der Torhüter mit den zweitmeisten gehaltenen Bällen nach Schüssen innerhalb des Strafraums. Das erwähne ich deshalb, weil das natürlich nochmal eine andere Kategorie ist, wie eben Schüsse außerhalb des Strafraums oder die von außerhalb des Strafraums abgegeben werden zu halten. Also da ist Alexander Mayer richtig gut und das wird interessant zu sehen sein, wie wir den dann überwinden. Weil, Sebastian, du kennst das als VfB-Fan, wenn die Jungs hier bei uns wieder auflaufen, dann kann man davon ausgehen, dass sie ihr beste Spiel sein. Natürlich, machen die Spiel ihres Lebens, ja. Aber, ja, das hoffe ich jetzt einfach mal nicht. Obwohl ich natürlich Alexander Mayer wirklich nur das beste wünsche. Er hat ja hier auch eine schwere Verletzung überstehen müssen mit dem Kreuzbandriss. Ist lange ausgefallen. Also, ja, dem wünsche ich alles Gute. Ja, aber schön, dass er halt in Regensburg echt so ein unangefochtener Stammgeber ist und er so eine tragende Rolle spielt und nachdem er halt hier in Stuttgart so gar nicht gespielt hat und man auch gar nicht so recht wusste, ob er das Zeug dann dazu hat, irgendwo Stammgeber zu sein, aber anscheinend hat er das und hat da einen guten Wechsel gemacht. Ja, also ganz so überraschend ist es ja eigentlich nicht, weil erinnere dich an das Spiel, das er mit Cottbus gegen Stuttgart gezeigt hat, da hat er halt bombig gehalten. Ja, aber das war halt Pokal und ein Spiel und das haben ja schon häufiger gesehen, dass da halt dann ein Torwart dann auch über sich hinaus wächst, aber das dann über eine ganze Saison oder jetzt über 20 Spieltage dann zu zeigen, ist ja dann nochmal was anderes. Und ich habe ihm das schon zugetraut, aber er hat halt beim VfB ja nie beweisen können, dass er ein solider Keeper ist und Regensburg stellt das jetzt unter Beweis. Ja, absolut. Also das lasse ich so stehen und ich komme zum dritten Spiel, auf den man achten muss. Geht halt alles ein bisschen schneller. Das unterstreicht auch nochmal so ein Stück weit, wie toll ich Regensburg finde. Max Besuschkopf, zentraler Mittelfeldspieler, Tübinger, der beim VfB die U17, U19 und VfB 2 durchlaufen hat. Ich weiß gar nicht, ob er vor der U17 ja auch schon in Stuttgart war, aber es ist auf jeden Fall jemand, den man glaube ich kennt, wenn man sich so ein bisschen mit dem VfB auseinandersetzt. Der hat eigentlich auch eine sehr gute Entwicklung genommen, muss man sagen. Und bei ihm war ich mir auch nicht so sicher, ob er wirklich dann mal Zweitligaspieler werden kann oder eben dann als Stammspieler in Regensburg seinen Weg machen wird. Ich weiß, dass der von Frankfurt kam, im Sommer glaube ich sogar erst zuvor war er nach Belgien ausgeliehen und dann hat eben Regensburg zugeschlagen. Man muss sagen, tja, eigentlich eine gute Saison bislang von Besuschkopf. Fünf Scorer-Punkte gesammelt, vier Tore erzielt, eine Vorlage. Im Hinspiel hat er zum Beispiel als Elfmeterschütze getroffen. Erinnerst du dich vielleicht noch? Nein? Oder ja? Und das hat eigentlich ein cooler Spieler, sehr kopfballstarker Spieler, spielt gute, lange Bälle und hat eine sehr enge Ballführung, ist deswegen oft auch nur durch Fouls vom Ball zu trennen. Auf der anderen Seite ist er selber ein Spieler, der gut austeilen kann, weil er sehr körperlich spielt, viel tackelt und auch oft foult. Also es ist schon irgendwie ein cooler Spielertyp, den sie da im zentralen Mittelfeld haben in Regensburg und definitiv ein Spieler, den es zu beachten gilt am kommenden Samstag. Ja, so. Das sind eigentlich meine drei Spieler, über die ich was zu erzählen habe. Der Rest, da habe ich nicht allzu viel zu sagen. Wir werden es am Samstag sehen, ob du irgendjemanden übersehen hast. Ja, ich hoffe nicht. Aber wie gesagt, Regensburg ist jetzt echt so ein bisschen, das ist so ein Spiel, da gehe ich einfach davon aus, das muss man gewinnen. Da möchte ich mich auch gar nicht groß mit beschäftigen, sondern ich möchte einfach, dass wir das am Samstag relativ locker gewinnen, am besten so wie gegen Aue, zur Halbzeit 2-0 führen und dann nichts mehr anbrennen lassen und dann geht es bitte weiter. Also ich fieber jetzt wirklich diesen großen Duellen gegen Bielefeld, gegen Hamburg entgegen. Da gibt es natürlich noch so, das Derby gegen Karlsruhe und so, auf das freue ich mich auch noch. Aber ansonsten sehe ich mich momentan schon noch auf Abschiedstor hier in der zweiten Liga. Dein Wort in Gottes Ohre. Die Spiele gegen Bielefeld und den HSV, das ist definitiv die Kür. Die muss er dann auch gewinnen, um noch an die Rand zu kommen. Aber alles andere ist halt die Pflicht. Und wenn jetzt eine Mannschaft, wie Regensburg, dann am Samstag kommt, dann kann es halt nur einen Sieg geben. Und der sollte halt auch einigermaßen klar sein. Er muss jetzt nicht hoch ausfallen, er muss halt überzeugend sein. Also ich nehme wieder so ein dreckiges 3 zu 0. Ja, ein dreckiges 3 zu 0 nehme ich auch. Ich nehme aber immer ein schlechtes 3 zu 0. Gut. Wir kommen zum Startelf-Tipp und lösen erstmal auf, Sebastian. Wir haben wieder performt, wie man so schön sagt, in der Sprache. Beide haben 10 von 11 Spielern richtig getippt, Sebastian. Nicht schlecht. Ja, das ist wirklich ein spannendes Duell zwischen uns beiden. Wir haben beide vier Tagessiege einheimsen können, beide 44 von 55 möglichen Spielern richtig getippt. Also es bleibt spannend zwischen uns beiden. So, und das ist natürlich jetzt die Frage. Geht jetzt endlich mal einer hier ein Risiko ein bei uns beiden? Ja, also der nächste Startelf-Tipp jetzt gegen Regensburg folgt natürlich. Und ich habe dich vorhin schon versucht so ein bisschen zu beeinflussen mit Massimo und so. Mal gucken, vielleicht ist er ja gar nicht in meiner Startelf. Aber wir gehen es jetzt durch. Jetzt muss ich mit der Sprache raus und, ja, lege mal vor mit dem Offensichtlichen. Also bei mir ist Kobel im Tor gesetzt und Philipps, Karasor und Stenzel, da würde ich aktuell auch nicht dran rütteln. Wie sieht es da bei dir aus? Nee, never change a winning team. Klar, dass da hinten bleibt. Ist das dann schon? Vielleicht ein bisschen changen, aber nicht arg. Aber da hinten, den Defensivverbund, den lasse ich genauso stehen. Also dann auch Mangala und Endo als Doppelsex? Ja, auf jeden Fall. Okay, da gehe ich auch mit. Gut, dann gucken wir mal aufs Mittelfeld. Also die Jungs, die dann das Spiel antreiben sollen, möchte ich mal so sagen. Da würde ich natürlich wieder mit Didavi spielen. Ich würde auch mit Silas spielen, mit Massimo und mit Castro. Also unverändert im Vergleich jetzt zum Bochum-Spiel. Wie sieht es bei dir aus? Ja, eigentlich schon. Also ich überlege halt eigentlich, ob man für Castro vielleicht noch jemanden bringt, der noch ein bisschen offensiver ist, aber das macht eigentlich auch keinen Sinn und Castro hat ja wirklich gegen Bochum auch gut gespielt und für Massimo habe ich dann eigentlich ja gar nicht so einen 1-zu-1-Ersatz. Nee, ich lasse es auch unverändert. Ja, die Frage mit Castro habe ich mir auch gestellt. Solltest du jetzt mal einen Förster bringen oder so, der, als er eingewechselt wurde, nicht so schlecht gespielt hat, aber ich fand, er hat eigentlich seine Chance jetzt in Bochum auch nicht genutzt. Also wenn er da die Bude vielleicht macht, dann hat er nochmal ein Argument gesammelt. Gegen Aue war das okay, aber das war jetzt auch nicht herausragend. Das fiel halt auf, dass er besonders, oder dass er deutlich besser war als die Spiele zuvor. Deswegen verbucht man das so als sehr gutes Spiel von ihm, aber eigentlich war es einfach nur ein solides, okayes Spiel. Gegen Bochum, wie gesagt, hat er jetzt auch keine Bäume ausgerissen. Und ja, dann fällt mir halt wirklich schon schwer, so einen Spielertypen zu finden, wie ein Förster oder ein Castro. Also Klement ist für mich zu weit weg. Da geht halt nie was, wenn der kommt. Deswegen das Risiko würde ich nicht eingehen und ihn von Anfang an bringen und dann kannst du ihn zu halbteil wieder auswechseln. Ich überlege gerade, ob man Klimowitz vielleicht mal bringen könnte. Das habe ich auch überlegt, aber dann hast du auf der rechten Seite Massimo und Klimowitz, sind wir dann vielleicht doch ein bisschen zu riskant. Ja, du könntest natürlich Klimowitz schon auch im Zentrum aufstellen und dann die Davi ein bisschen weiter nach hinten ziehen. Das ist aber praktisch nicht so als, also die Davi gegen Bochum hat er ja eigentlich im Mittelfeld schon so seine übliche Position gespielt. Hat sich dann ja wie gesagt auch oft mal auf den Flügel fallen lassen und so. Aber zum Beispiel gegen Aue war er ja fast wie ein Stürmer auf dem Platz. Also das war ja eher so eine falsche Neun, die er da abgegeben hat. Und da dachte ich mir jetzt halt, das könntest du Klimowitz auch spielen lassen und die Davi dann eine Position weiter hinten. Das wäre auch eine Option. Aber ich habe mich auch für Castro entschieden, weil ich sehe es wie du, der hat das richtig gut gemacht und ich fand vor allem, wie das zwischen Castro, Mangala, Endo nehme ich mal raus, weil der relativ fest auf der Sechs war, aber wie das zwischen Castro und Mangala funktioniert hat, hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Und ja, ich glaube auch, dass man da nichts verändern sollte. Jetzt ist halt die Frage, die wahrscheinlich alles entscheidet wird. Bislang sind wir wieder komplett gleich. Wer spielt denn bei dir im Sturm? Also ich finde, dass Mario Gomez mal wieder eine Pause benötigen könnte und belohne Al-Ghadoui für seinen Siegtreffer und das den Staaten gegen Regensburg. Tja, dann werden wir weiter im Gleichschritt gehen, denn auch ich habe mich für Al-Ghadoui entschieden. Aber ich habe wirklich lange überlegt, weil Al-Ghadoui halt wirklich diese Qualität hat, dass wenn er reinkommt, er immer Gefahr ausstrahlt. Also entweder legt er Dinge vor oder er schießt selber ein Tor, meistens die wichtigen. Aber ja, jetzt hier gegen Regensburg, gegen seinen Ex-Klub, könnte ich mir auch vorstellen, dass er jetzt die Möglichkeit bekommt. Er hat ja dann auch gegen Leverkusen nicht spielen dürfen. Das war ja auch ein Ex-Klub von ihm. Und ich vermute auch, dass Matarazzo sagt, komm Junge, du kriegst deinen Stadtelf-Einsatz und dann muss halt Gomez der Joker sein. Kann ich auch mal sehen. Ja, aber das ist ja auch kein Problem. Also das macht er ja auch und macht er ja auch teilweise gut. Also insofern denke ich, kann man die beiden oder kann auch Matarazzo die beiden dann problemlos dann in der Stadtelf tauschen, ohne dass es da irgendwie zu schlechten Schwingungen führt. Also relativ unspektakulär unser Stadtelf-Tipp diesmal. Und deswegen können wir auch schon zum nächsten Thema überleiten. Und zwar geht es da so ein bisschen um Transfers, die sich andeuten. Ich habe ja gerade eben schon gesagt oder vor ein paar Minuten, Philipps wäre vielleicht ein Spieler, den man fest verpflichten könnte, der nur ausgeliehen wurde. Ein anderer Spieler, den man fest verpflichten könnte und offensichtlich auch fest verpflichten will, ist Pascal Stenzel, der ja von Freiburg bis zum Sommer ausgeliehen wurde. Und da hört man, dass Sven Mislintat sich aktuell häufiger mal mit Jochen Seyer, dem Sportdirektor oder ich glaube Sportvorstand ist das genau, vom SC Freiburg trifft. Ich weiß nicht, ob Oliver Lecky da auch noch ein Wörtchen mitsprechen kann. Also die haben ja so einen Doppelvorstand in Freiburg. Aber ich denke mal, hauptsächlich wird er sich da mit Jochen Seyer auseinandersetzen müssen. Und ja, offensichtlich tut er das aktuell auch und möchte den Herrn Stenzel gerne hier in Stuttgart fest verpflichten. Man spricht da so von zwei bis vier Millionen Euro Ablöse. Ich denke mal, ja, Sebastian, dann sind wir uns beide einig, den muss man eigentlich verpflichten. Ja, der kann links wie rechts, den muss man kaufen. Nee, aber der hat jetzt ja wirklich fast jede Sekunde in der Saison auf dem Feld gestanden und gezeigt, was er kann und was er vielleicht auch nicht kann. Aber das, was er kann, überwiegt auf jeden Fall. Und ja, kann ja da hinten fast alles spielen und macht das gut. Und wenn man ihn für dann doch relativ überschaubares Geld dann fest verpflichten kann, würde ich das auch auf jeden Fall machen. Das Einzige, was ich zu bedenken gebe, ist, dass ich bei Stenzel schon Probleme sehe, wenn es dann in die Bundesliga geht. Also da bin ich mir nicht sicher, ob er da immer noch so brilliert, in Anführungsstrichen, wie er das vor allem dann in der Hinrunde getan hat. Da hat er ja wirklich ganz, ganz starke Spiele gezeigt. Ich könnte mir vorstellen, dass er da eher mal Probleme bekommt, weil Stenzel auch immer mal wieder so einen kleinen Schlendereran mit drin hat, manchmal auch nicht perfekt steht, möchte ich mal sagen. Und das wird ja natürlich gegen schnelle Spieler dann zum Verhängnis in der Bundesliga. Also wenn ich mir jetzt so vorstelle, wir spielen gegen Dortmund, was natürlich dann wirklich creme de la creme sozusagen ist in der Bundesliga, dann könnte es eng werden für so einen Stenzel. Aber auf der anderen Seite musst du natürlich dann auch schauen, wen könntest du sonst verpflichten, wen hast du selber in der Jugend, weiß ich nicht, ob wir da so viele bessere Leute dann haben beziehungsweise verpflichten können. Genau, Pascal Stenzel ist jetzt ja auch erste 23, also der wird jetzt halt vermutlich dann kein Weltstar mehr auf der Position, aber er hat auf jeden Fall noch Raum besser zu werden und darum geht es ja also, er ist ja jetzt nicht so, dass du sagst, er hat den verpflichten, aber der ist 29 und da gibt es keine Entwicklung mehr, der ist ja auch noch ein junger Spieler. Ja, das stimmt. Ein anderer Spieler, der soll auch fest verpflichtet werden, das ist jetzt keine Neuigkeit mehr, da haben wir schon länger drüber gesprochen, das ist Watteru Endo, da gibt es ja auch die Klausel, die der VfB ziehen wird, sehr wahrscheinlich, also bis Ende Mai oder bis Mitte Mai hat man glaube ich Zeit, die Klausel zu ziehen, 1,7 Millionen oder so, habe ich gelesen, das ist auch völlig okay für den Spieler, aber es gab einen Kickerartikel, der so ein bisschen für Wirbel in der VfB-Timeline gesorgt hat, und zwar erschien er am 13.02. und hieß Endo aus dem Nichts an die Spitze und folgende Passage sorgte für Aufregung unter den VfB-Fans und zwar schrieb, ich glaube Josh Moisidis hat den Artikel geschrieben, der Sportdirektor, der Endo, entgegen des Willens von Ex-Trainer Tim Walter und deswegen auch so spät noch geholt hat, ist begeistert vom Defensivmann. Ja, und dann ging es natürlich los. Was? Das kann ja wohl nicht wahr sein, dass Tim Walter den Spieler nicht wollte und da sieht man ja auch, dass Tim Walter überhaupt keine Ahnung hat. Ich werde jetzt mal fast schon unverschämt, aber das konnte man ja alles lesen. Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so merkwürdig, dass ein Trainer mit einem Spieler erstmal nichts anfangen kann. Für mich ist halt entscheidend, wie die ganze Sache jetzt zwischen Mislintat und Walter ablief. War es so, dass Mislintat zu Tim Walter gegangen ist und gesagt hat, ich hätte noch einen Spieler, polyvalent, hauptsächlich für das zentrale Mittelfeld, den könnte ich verpflichten, den könnte man ausleihen, das ist echt ein guter Spieler und Walter sagt, eigentlich brauche ich keinen mehr für das zentrale Mittelfeld oder sagt Tim Walter, was, Endo? Ja, den habe ich neulich erst gesehen, den kannst du komplett knicken, den brauche ich nicht mehr und das wird eben nicht so richtig klar bei dieser Aussage. Deswegen habe ich bei George Moussides nachgefragt, er wusste es auch nicht genau, wie es zwischen Mislintat und Walter ablief. Mein Problem ist halt, dass diese Aussage schon so ein Stück weit suggeriert, dass Tim Walter explizit Endo nicht wollte und ja, das stelle ich mal in Frage. Ich weiß nicht, wie du die Aussage siehst, ob du die eh nicht kritisierst, wie vielleicht Großteil der Timeline, vielleicht kannst du das so was sagen. Nee, das nicht, aber es lässt ja schon darauf schließen, dass jetzt die Spielerverpflichtung nicht das Ergebnis von stundenlangen Gesprächen zwischen Tim Walter und Sven Mislintat gewesen sind und man sich dann auf irgendwelchen Spieler geeinigt hat und gesagt, den holen wir, sondern, dass die beiden vielleicht ja schon unterschiedliche Stoßrichtungen hatten und da vielleicht auch Spieler geholt wurden, die dann nicht in aller Ausführlichkeit mit Tim Walter vorher besprochen wurden. Ob das jetzt gut ist oder schlecht, ist eine andere Sache, aber das ist mir so ein bisschen aufgefallen, was man ja jetzt nicht nur aus dem Artikel rausliest, sondern auch so hört. Aber ist das nicht normal, dass es eben dann Sportdirektoren gibt, die Spieler verpflichten, die hauptsächlich dann erstmal in die Philosophie des Vereins passen, weil, also ganz ehrlich, als VfB-Sportdirektor musst du dir ja keine Gedanken machen, was dein Trainer will, weil du davon ausgehen kannst, dass der nach einem halben Jahr eh nicht mehr da ist. Also, das ist ein bisschen augenzwinkern, der hat es gemeint gewesen, aber es ist ja schon so, dass du erstmal schauen musst, dass ich mir Spieler hole, die in die Idee passen, die ich hier beim VfB spielen lassen möchte. Ja, aber du kannst ja auch nicht dem Spieler sagen, du, ich hole dich jetzt mal, unser Trainer, der will dich eigentlich nicht, aber jetzt warten wir mal 20 Spiele, dann kommt eh der Nächste. Das kann es ja auch nicht sein. Ich verstehe schon, was du meinst. Also, wenn man eine Spielphilosophie hat, dann muss man auch die Spieler entsprechend holen, aber der Trainer muss ja auch dazu passen. Insofern passt es denn ja nicht, dass man sagt, der Trainer kann mit dem nichts anfangen, aber der Spieler passt zu unserer Philosophie. Also, das muss ja irgendwie alles zusammenpassen. Und jetzt im Fall Endo, glaube ich, hat das halt nicht so funktioniert, wie es bei anderen Spielern funktioniert hat. Mir kommt es halt so vor, dass man mit diesem Artikel versucht hat, nochmal so, ja, ein bisschen Staub aufzuwirbeln. Da gab es ja dann auch die Äußerung, dass der Missland hat, den Spieler, also Endo, kurz vor Transferstoß gekauft hat, auch deshalb, weil weiter ihn halt nicht wollte. Da habe ich nachgeguckt, das ist absoluter Bullshit. Endo wurde drei Wochen geholt, bevor das Transferfenster geschlossen hat. Also, das war kein Last-Minute-Transfer oder dergleichen, sondern der wurde relativ zeitig eigentlich geholt. Also, da sehe ich jetzt auch keinen Punkt, wo man sagen kann, ja, Missland hat versucht, noch einen Spieler zu verpflichten, den Walter partout nicht wollte. Also, ich gehe einfach davon aus, dass Walter keinen weiteren Mittelfeldspieler brauchte, ja, und deswegen abgelehnt hat und Missland hat einfach die Möglichkeit gesehen hat, hier einen hochveranlagten Spieler zu verpflichten. Es hat ja auch einen Grund, warum man den erstmal ausgeliehen hat, weil man wahrscheinlich selber nicht wusste, ja, kann der hier in Stuttgart gleich das abliefern, was man sich von ihm so erhofft und ich glaube auch, dass viele beim VfB überrascht davon sind, wie gut er jetzt hier beim VfB funktioniert aktuell. das ist... den Walter wahrscheinlich auch überrascht, nachdem er ihn dann mal gebracht hatte, wie gut der Mannschaft tut und dann war er ja auch unter Walter dann auch festes Bestandteil der Startelf. Also da ist jetzt ja nicht nur der Trainer weg und auf einmal spielt Ende, sondern nee, hat er vorher auch schon gespielt. Weil die Kritik gab es ja auch, Walter hätte das nicht erkannt und was weiß ich. Ja, er hat es ja dann doch erkannt und er hat den Spieler gebracht. Gut, da könnte es natürlich auch sein, dass Missland Tat nochmal mit eingewirkt hat. Also ganz ausschließend würde ich das nicht, dass er dann mal den Ratschlag gegeben hat, den Spieler zu bringen. Wobei, bei Walter kann ich mir fast nicht vorstellen, dass er sich dem beugt. Also ja, schwer vorstellbar. Gut, dann hat sich ein Ex-Spieler zu Wort gemeldet und zwar im Kicker Meets The Zone Podcast, den es seit einiger Zeit gibt und die Rede ist natürlich von Christian Gentner. Also auch hier kann ich schon mal vorwarnen, wir werden jetzt hier nicht völlig durch die Decke gehen und Christian Gentner auseinandernehmen, weil insgesamt waren die Aussagen relativ vernünftig aus meiner Sicht. Sebastian, erst mal die Frage an dich, hast du den Podcast gehört oder hast du den? Nee, ich habe nur die Auszüge gelesen. Also ich habe mir den Podcast angehört, zum einen hat sich Christian Gentner über die Fans hier in Stuttgart geäußert und meinte, in Stuttgart gibt es Fans und das Publikum und mit dem Publikum meinte er natürlich dann hauptsächlich wahrscheinlich die Leute auf der Haupt- und Gegentribüne und er sagt, diese Zuschauer, also das Publikum, nicht die Fans, äußern entsprechend ihren Unmut schneller, das kann sich auf die Spieler negativ auswirken, diese unterschiedlichen Erwartungshaltungen oder anders, diese unterschiedliche Erwartungshaltung ist das große Plus aktuell bei Union Berlin. Also, auf was will er hier hinaus, in Berlin sind alle einfach super zufrieden damit, dass man einfach nur in der Bundesliga spielt und beim VfB wollte man immer etwas mehr und wenn ich ihn richtig verstanden habe, hat es ihn halt gestört oder hat es ihn beeinflusst negativ, wenn dann halt von den Rängen relativ schnell die Unmutsbekundungen kamen. So habe ich das aufgeschnappt und dazu muss man glaube ich schon so ein bisschen was sagen, Sebastian, also das möchte ich nicht so einfach so stehen lassen, weil ich glaube, das ist bei jedem Verein so, dass es einfach die Fans gibt, die die Mannschaft bedingungslos unterstützen. Gentner sagt das auch, die Fans in Stuttgart waren beeindruckend und haben uns ununterbrochen unterstützt, auch in den schwierigen Phasen, als wir grauenhafte Heimspiele abgeliefert hatten. Also, das ist gar keine Frage, die Fans hast du immer, die dann hinter dir stehen und auf der anderen Seite hast du halt einfach so dieses typische Heimpublikum, was sich auf die Haupttribüne setzt, auf die Gegentribüne und von mir jetzt auch in die Unter-Türkheimer-Kurve und dann natürlich abkotzt, wenn es halt nicht so läuft und das ist jetzt auch meine Stoßrichtung und du kannst mich jetzt gerne bremsen, aber ich finde es schon relativ frech, wenn man sich hinstellt, du spielst mit dem VfB Stuttgart zu Hause zum Beispiel Rückrundenauftakt letztes Jahr gegen Mainz und du bringst so eine Leistung auf den Platz und beschwerst dich danach, dass das Stadion pfeift oder unzufrieden ist, weil, also korrigiere mich, aber ich kann mich nicht erinnern, dass wir gefiffen haben, wenn du gegen Bayern München mal 3-0 verlierst oder so. er sagte selber, er spricht, das hätte man sich ja vielleicht auch mal gewünscht, dass er so eine Aussage tätigt, als er noch Kapitän vom VfB war, er spricht von grauenhaften Heimspielen, das kann man ja so unterstreichen und dass die Zuschauer, wie er sie ja nennt, dann damit nicht zufrieden sind, das ist ja völlig normal, dass dann halt die Fans nach wie vor supporten, ist halt alles andere als selbstverständlich und insofern, wenn die Mannschaft halt schlecht spielt, dann pfeift das Publikum, die zahlen relativ viel Geld dafür, das Spiel zu sehen und wenn das Spiel schlecht ist, ist halt die Laune auch schlecht. Ja und vor allen Dingen muss es halt auch so sein, wenn Union Berlin jetzt in der 2. Liga spielen würde, gegen den Abstieg, da würden die auch nicht mehr ununterbrochen die ganze Zeit jubeln, sondern hätten auch einen Hals. Vielleicht würden die nicht so pfeifen und es wäre nicht so laut oder so viel Unruhe wie beim VfB, das lasse ich mir noch gefallen, das liegt aber auch daran, dass der Verein, also die Unioner selber sagen ja schon, wir gehen nicht zum Fußball, wir gehen zur Union. Ja, also das ist, das ist nochmal ein anderes Umfeld. Klar, das ist auch okay, hat absolut seine Daseinsberechtigung, das möchte ich überhaupt nicht kritisieren, aber das ist schwer dann miteinander zu vergleichen. Wenn hier in Stuttgart halt, wie gesagt, Mainz herkommt und 3-0 zur Halbzeit führt oder von mir das nach 60 Minuten, was weiß ich, wie das damals war, natürlich kotzt du da ab, wenn du danach auch noch hörst, dass man gegen Mainz oder in Mainz mal verlieren kann. Das sind alles so Aussagen, die passen halt nicht zum Anspruch eines VfB Stuttgart und da finde ich gar nicht, dass man davon anspricht, davon wieder anfangen muss, dass der VfB-Fan an sich einfach immer viel zu viel möchte oder was weiß ich. Ich glaube, darum geht es gar nicht. Hier beim VfB Stuttgart hast du natürlich eine andere Erwartungshaltung als bei Union Berlin zum Beispiel und vor allem müssen halt so die klassischen Grundtugenden gezeigt werden von den Spielern und das hat halt oft nicht gepasst. Es fehlte oft an Einsatzwillen und dann, wenn es Interviews gab, fehlte mir auch so ein bisschen die Selbsteinsicht und dass man seine eigene Leistung besser, jedenfalls öffentlich, besser einschätzt, als das dann nach außen hin getan wurde. Das ist halt das, was ich dann kritisiere und ich glaube, was dann auch viele Leute einfach gestört hat. Und wenn dann natürlich ein Sportdirektor mit dabei ist und ein Präsident, die davon sprechen, dass der VfB 2021 oder was auch immer da die Maschroute war, wieder in der Champions League spielt, ja, dann musst du dich halt auch nicht wundern, wenn dann Leute, die sich nicht jeden Tag mit dem Verein beschäftigen, natürlich unruhig werden, wenn es dann nicht so gut läuft. Also allein jetzt die Verpflichtung von Pablo Maffeo zum Beispiel, die hat natürlich eine gewisse Erwartungshaltung bei dem einen oder anderen ausgelöst. So, und dann verlierst du die ersten Spiele nur und musst froh sein, dass Bremen zu blöd ist, das Tor zu treffen, sonst verlierst du das Spiel auch noch. Und dann gibt es so Leistungen wie zum Beispiel auch in Hannover, das Spiel, nachdem Korkut entlassen wurde. Und ich bin mir fast sicher, wenn Union so auftreten würde, da würde es da aber auch Palabra geben von den Fans. Also da macht es sich aus meiner Sicht mal wieder zu einfach. Ja, vor allem diese überzogene Erwartungshaltung, die er dann ja kritisiert, die kommt ja auch nicht von den Zuschauern, sondern die wurde ja in dem Fall dann wirklich von Wolfgang Dietrich und Kollegen ausgegeben halt. Also ist es nicht so, dass die Fans sagen, wir müssen Champions League spielen, sondern das war halt der Plan vom Präsidenten einfach. Und wenn dieser Plan dann halt völlig konterkariert wird und die Zuschauer sind dann unzufrieden, dann ist es ja nicht, weil die eine überzogene Erwartungshaltung haben, sondern weil diese Erwartungshaltung von oben her quasi auf den VfB draufgelegt wurde. Er beschreibt auch nochmal den Unterschied zwischen Union und dem VfB und meint, es herrsche eine große Dankbarkeit, in der Bundesliga spielen zu dürfen. Jedes Heimspiel wird wie ein Festtag gefeiert. Ich verspüre nur positiven Druck. Der Klassenerhalt wäre eine Sensation. Jeder einzelne Punkt sei ein riesiger Erfolg. Und das könnte man jetzt mal vergleichen, wenn der VfB international spielen würde. Auch dann wäre hier natürlich überhaupt kein Druck da, dass man sagt, man muss jetzt, was weiß ich, die nächste Runde in der Euroleague erreichen oder sonst irgendwas. Ganz ehrlich, als der VfB in der Euroleague gespielt hat, hat es noch nicht mehr die Leute interessiert. Aber ich glaube, das wäre mittlerweile auch schon wieder anders. Aber das ist halt einfach, ja, man muss halt gucken, von wo man kommt auch ein Stück weit. Und vor allen Dingen, was du für ein Potenzial hast. Das ist ja jetzt nicht so, dass der VfB irgendwie nur Spieler hatte, die ständig über sich hinausgewachsen sind. Und es hat halt einfach nicht gereicht, sondern es war halt genau das Gegenteil. Du hast Spieler gehabt, die eigentlich nie das abgerufen haben, was man sich von ihnen erwartet hat. Und das kommt halt noch mit dazu. Das hast du bei Union nicht. Natürlich feiern die jedes Spiel wie ein Festtag. Was es übrigens auch in Stuttgart gab. Ja, also auch hier wurden Feste gefeiert, als es nicht so gut lief. Ja, und Choreos an den Start gebracht, die man nur selten in deutschen Stadien so sieht. Also das darf man halt auch nicht vergessen. Das ist mir immer zu viel, ja, das Publikum ist aber auch selber schuld. Und das weiß ich. Nee, also die schlechten Leistungen hat nicht das Publikum gebracht, sondern jeder einzelne Spieler. Ja, du hast halt vor allem bei Union Berlin oder jetzt auch bei Paderborn, hast du halt wirklich die komfortable Situation, dass du sagst, naja, das ist halt Bundesliga, das ist super. Wir benehmen das halt alles mit, egal was passiert. Und die können auch sagen, wir steigen ab und müssen den Trainer nicht wechseln halt. Und dann guckst du jetzt nach Bremen und die sind dann halt eher so in so einer Situation wie der VfB, dass viele sagen, na, eigentlich wollen wir den Trainer nicht wechseln, aber die haben natürlich dann auch wieder ein anderes Selbstverständnis als einen Aufsteiger und sagen, aber absteigen mit dem Trainer, um dann wieder mit ihm vielleicht aufzusteigen, das können wir uns auch eh nicht erlauben. Und da hast du wieder so ein ganz anderes Spannungsfeld aus sportlichen Erfolgen in der jüngeren oder weiteren Vergangenheit und aktueller Situation, was du einfach bei Union Berlin oder Paderborn oder vielleicht sogar Freiburg nicht hast, wo du sagen kannst, wenn wir runtergehen, dann gehen wir halt runter. Ja, also ich finde auch, dass das mir, von Christian Gendern, der macht sich da so ein bisschen einfach in seinen Aussagen, finde ich, oder mit seinen Aussagen. Aber ich finde es mir immerhin erstaunt, dass er die Sachen mal klarer anspricht, als noch zu seiner Zeit beim VfB, das finde ich mal ganz erfrischend. Ja, nachhinein ist es natürlich auch leicht, also sich jetzt hinzustellen und zu sagen, das ist so und so und das fand ich hier scheiße. Ja, er hat zum Beispiel auch nicht das angesprochen, was ja beim VfB mittlerweile ein offenes Geheimnis ist, dass innerhalb der Mannschaft irgendwie gar nichts richtig gepasst hat in der Abstiegssaison und dass man zum Beispiel in den letzten Spielen sich zu sicher war und so gegen Union Berlin. Also das ist ja auch etwas, das hätte ich immer gern gehört von dem Christian Gendner, dass er sagt, es gab Spieler, die in das Spiel gegen Union gegangen sind mit dem Selbstverständnis, natürlich gewinnen wir das hier, das ist Union Berlin. Also sowas hätte ich halt auch mal gern gehört. Dass man sagt, dass man sich da vielleicht auch ein Stück weit überschätzt hat und dass das vielleicht mit ein Grund dafür war, dass man abgestiegen ist und wie gesagt nicht das Publikum, das unzufrieden ist, wenn du gegen fucking Mainz zu Hause 3-0 verlierst und wir sitzen da bei minus 5000 Grad oder wie viel es damals gab. Aber du hättest du in Berlin beim Freistoß von Dennis Arogo nicht mehr abseits gestanden, dann wäre man nicht abgestiegen. Ja, aber das ist ja das, was mich wahnsinnig macht. Du kannst doch niemals das Publikum für deine Leistung verantwortlich machen. Es sagt doch, erstens mal hat dich kein Mensch gezwungen beim VfB Stuttgart zu spielen. Das hat er sich selber ausgesucht. Das ist das Erste. Und das ist nicht erst seit heute so, dass beim VfB Stuttgart das Anspruchsdenken anders ist als bei Union Berlin. Und wenn das so geil ist, für Union zu spielen und da die tantrischen Sänge über 90 Minuten zu hören, ey, ich freue mich, dass er jetzt dann mit 34 diese Station für sich entdeckt hat. Aber ich hätte auch kein Problem gehabt, wenn er das schon mit 25 gefunden hätte. Ja, diesen heiligen Ort in Berlin. Super geil. Finde ich auch super. Dann spielst du halt dritte Liga und kannst Schneeschippen gehen, damit es gegen Aue dann dein Auswärtsspiel gibt und so. Super geil. Aber das funktioniert halt hier beim VfB Stuttgart nicht. Hier gibt es schon ein anderes Anspruchsdenken, sage ich jetzt mal. Und wenn du ausgliederst, 40 Millionen in den Kader pumpst und irgendwas laberst von wir sind jetzt international super dabei ab nächste Saison und der Korkut ist der Highland und was weiß ich und alles ist halt mega gut. Da war ja auch ein Gentner, der gesagt hat, Mensch, super Vorbereitung und was weiß ich. Ja, dann musst du dich halt nicht wundern, wenn die Leute durchdrehen, wenn du dich hier abschießen lässt von irgendwelchen Rübenvereinen. So, das ist halt so. Wieso kann man sich da nicht hinstellen und sagen, wir haben halt einfach scheiße gespielt. Christian Gentner war ja nie ein Spiel. Also du hörst über Christian Gentner nichts Schlechtes. Es gab jetzt schon ein paar Leute, mit denen ich mich unterhalten konnte, die Christian Gentner im Mannschaftskreis erlebt haben. Und all die Leute sagen dir, das ist ein Topmann, der stellt sich immer vor seine Mannschaft. Also es scheint intern richtig gut zu funktionieren mit Christian Gentner. Aber nach außen hin kommt bei mir halt immer nur an, ja gut, da kann ich jetzt aber nichts machen, da können wir hier nichts dafür. Da sind aber die Zuschauer ein bisschen schuld, weil die sind ja auch immer gegen uns. Und dann ist hier der Platz scheiße und die haben auch ein bisschen Pech gehabt. Also es sind immer andere Dinge, das werden als Gründe angeführt für schlechte Leistungen. Und das ist so eine Mentalität, die sich halt über die letzten Jahre beim VfB etabliert hat. Und zum ersten Mal, ja, hast du jetzt das Gefühl, dass selbst nach Siegen, zum Beispiel die Davi sagt, ja, das war nicht besonders souverän, das müssen wir besser runterspielen. Das ist so wohltuend, das ist mir fast mehr wert, als so ein scheiß Sieg gegen Bochum. Dass man endlich mal kapiert, dass man nicht damit zufrieden sein kann, wenn man 1-0 gegen Bochum gewinnt. Das liegt nicht daran, dass wir irgendwie alle wahnsinnig sind und davon ausgehen, dass wir hier die ganze Liga auseinandernehmen. Nee, aber ich gucke mir ein Spiel an und wenn du deine Leistungen nicht bringst und einfach nur durch Glück gewinnst, muss man das danach einfach offen ansprechen und nicht so tun, als wäre man hier auf dem richtigen Weg. Und auch Materazzo macht das übrigens. Der hat auch gesagt, die zweite Halbzeit, also Materazzo sagt das nicht so wie ich, aber ich übersetze das mal kurz für alle einfachen Menschen, so wie ich einer bin. Materazzo fand die zweite Halbzeit auch zum Kotzen. Und das finde ich gut, dass das auch nach außen getragen wird. Das braucht es. Das ist ja auch erstaunlich, dass wir dann in der Rückrunde unter Korkut wirklich verantwortliche Spieler, Trainer auf einer Welle der Euphorie irgendwie davon geschwommen sind, während alle Fans gesagt haben, hey, das war aber echt nicht so gut, wie die Tabelle das dann darstellt. Und jetzt erst irgendwie mit zeitlichem Abstand sagen alle, ja, das war eigentlich nicht so gut, wie sich es in der Tabelle dargestellt hat. Und eigentlich hat es jeder gesehen, aber da gibt es niemanden oder gab es zumindest zu dem Zeitpunkt niemanden, der dann halt irgendwie chronisch unzufrieden ist und sagt, ja, wir haben zwar gewonnen, das ist gut, wir brauchen die Punkte, aber irgendwie so spielerisch war das echt nicht das Gelbe vom Ei. Es gab nicht einen Spieler, der im Vorfeld vom zweiten Jahr in der Bundesliga gesagt hat, das Wichtigste ist, wir müssen die Klasse halten. Ich erinnere da an Reschke, der sich noch hinstellt und sagt, ich lege mich jetzt schon fest, mit dem Abstieg werden wir nichts zu tun haben. Ja, leckt mich am Arsch. So, und Gettner stellt sich am selben Tag danach und sagt, ja, also Mainz, da kann man schon mal verlieren. Die Aussagen an sich widersprechen sich schon komplett. Eigentlich an dem Tag hätte es Reschke schon entlassen müssen, wenn der Kapitän danach sagt, dass man in Mainz mal verlieren kann und davor der Sportdirektor davor entspricht, dass man mit dem Abstieg nichts zu tun haben wird. Aber gut, regen wir uns nicht über den Scheiß auf. Sprechen wir über Daniel Di Davi, der mir immer sympathischer wird, muss ich an der Stelle sagen. Ja, total. Also er war mir nicht unsympathisch oder so, aber ich konnte ihn nicht so richtig einschätzen. Ja, und ich kann es immer noch nicht, weil ich kenne ihn ja jetzt nicht persönlich, aber ich bin mir immer nicht sicher, ist er jetzt ein Selbstdarsteller oder ist er wirklich so, wie er sich dann auch auf Instagram gibt und ja, sehr gläubiger Mensch, sehr demütiger Mensch. Aber ich glaube, es geht schon eher in die Richtung, dass der sein Leben ganz gut im Griff hat. Der hat ein Interview gegeben und zwar kann man das nachlesen in der neuen Elf-Freunde-Ausgabe. Genau, gibt es aber auch online. Gibt es. Ganz so länger, glaube ich, ne? Das weiß ich jetzt gar nicht. Aber wenn es so ist, dann natürlich noch passiert. Weil die Elf-Freunde liegt bei mir noch unausgepackt im Wohnzimmer, aber ich habe es online schon gelesen. Also ich kann es mal so sagen, das Interview an sich ist zwar interessant, aber wir brauchen das jetzt nicht komplett auseinandernehmen. Ich fand es nur schockierend, dass Daniel Di Davi erzählt hat, dass er mit hoher Wahrscheinlichkeit nach seiner aktiven Karriere dann irgendwann ein künstliches Kniegelenk braucht und auch langfristig mit eher gravierenden Einschränkungen leben muss. Aufgrund dessen, dass er sich halt 2012 was, glaube ich, diesen Knorpelschaden geholt hat in einem Freundschaftsspiel, kurz bevor er zum VfB zurückwechselte. Daraus ist dann ein Knochenödem entstanden und ja, grundsätzlich hat eigentlich dieser Knorpelschaden Daniels Karriere ja massiv beeinträchtigt. Und ich kann mir vorstellen, dass es nicht nur einen Mediziner gab, der ihm dazu geraten hat, das Fußballspielen sein zu lassen. Er hat es nicht getan, Gott sei Dank muss man sagen, aber ja, die Folgen sind gravierend. Wie gesagt, künstliches Kniegelenk steht an und eben damit verbundene langfristige Einschränkungen. Ja, das klingt schon heftig, würde ich sagen, oder? Auf jeden Fall, aber das ist wahrscheinlich nach wie vor so, dass halt so 10, 15, vielleicht 20 Jahre Profifußballertum und vielleicht auch oder vermutlich auch in vielen anderen Sportarten dass man dann wirklich nach der Karriere dann Tribut zollen muss. Timo Hildebrandt hat ja auch erzählt, dass er ein oder zwei künstliche Hüftgelenke mittlerweile schon hat, durch das lange Torwartedasein immer wieder da auf den harten Boden aufkommen. Also das ist sicherlich nicht das Beste, was du deinem Körper antun kannst. Und ich fand es halt sehr erstaunlich, wie reflektiert der Daniel Di Davi halt darüber spricht, über seine Verletzungen, die er hatte. Ja, und was es halt auch in Zukunft für ihn bedeutet, dann auch nach Ende seiner Aktivkarriere. Ich glaube, Daniel Di Davi wäre eigentlich auch mal ein sehr interessanter Podcast-Gesprächspartner. Ich habe nämlich das Gefühl, wenn du mit ihm interviewst, die vielleicht auch mal ein bisschen länger gehen, im Fernsehen siehst oder im Radio hörst oder so, dass da eine Menge schlummert an interessanten Geschichten, die er so zu erzählen hat. Auch die Aussage... Ja, auf jeden Fall auch. Ich denke, eigentlich schon das Standing, was er bei den Fans hat. Nach dem ersten Abstieg, als er dann nach Wolfsburg wechselte, dann galt er ja schon so ein bisschen als Verräter und derjenige, der sich irgendwie verpisst hat. Und dann kam er zurück und war irgendwie auch nicht so. Und ich finde, mit jedem Spiel, das er macht, und je länger er jetzt da ist, so in seiner zweiten Schaffensperiode, gewinnt er irgendwie an Standing. Ja, genau. Das sagte ich ja auch eingangs. Und erinnere dich bitte an, ich glaube, die letzte Ausgabe im Jahr 2020, als ich gesagt habe, äh, 2019 natürlich. 19, ja. Als ich gesagt habe, für mich ist Daniel Di Davi der wichtigste Mittelfeldspieler oder der wichtigste Spieler beim VfB Stuttgart. Und das bestätigt sich ja aktuell so ein Stück weit. Also nicht jetzt nur deshalb, weil eben dann dieser Punkteschnitt für ihn spricht. Wenn er spielt, holt der VfB deutlich mehr Punkte, als wenn er nicht spielt. Aber ich finde, dass er schon dem Spiel so viel gibt, ja, in dieser zweiten Liga und den VfB einfach schon nochmal auf ein anderes Level hebt. Und da muss man sich natürlich Gedanken machen, was passiert eigentlich, wenn Daniel Di Davi nicht mehr regelmäßig spielen kann. Und auch bei ihm bin ich mir nicht sicher, wie das so in der Bundesliga dann funktioniert. Und, ähm, ja, er hat es ja schon angedeutet. Lee Eggloff, die neue Nummer 10 und die alte Nummer 10, hat er, glaube ich, auf Instagram geschrieben, als die beiden zusammen im Trainingslager waren. Aber mal gucken, ob das dann auch wirklich so kommt. Gut, Lee Eggloff wird nachher noch Thema sein. Sebastian, den hast du ja getroffen am Samstag. Ja, gut, hoffentlich. Im weitesten Sinne. Ich hab ihn gesehen, ja. Ja, du musst ja, da müssen wir ja nicht antisern, dass die Leute bis zum Schluss dranbleiben. Ja, genau, ja. Ja, Guido Buchwald hat sich Gott sei Dank endlich mal wieder zu Wort gemeldet. Da hat die Welt drauf gewartet, dass Guido nochmal was sagt. Und er sagte folgendes, Momentan sind Menschen in verantwortungsvollen, gewählten Positionen, die mit dem Namen Guido Buchwald nichts anfangen können. Ja, das lasse ich jetzt erstmal so stehen. Erstmal so ganz prinzipiell eine Frage. Ich verstehe nicht so richtig, warum, oder anders, Sebastian. Ich hab's richtig verstanden, dass Guido Buchwald sehr am VfB hängt. Er hat, glaub ich, auch gesagt, der Verein werde immer, den Verein wird er immer im Herzen tragen oder sowas. Hat er gesagt. Und wenn das so ist, wenn das mein Verein ist und ich möchte nur das Beste für den Verein, wieso suche ich dann in so einem Moment, wo der Verein gerade versucht, wieder zur Ruhe zu kommen, nachdem sie jetzt schon wieder den Trainer entlassen mussten, die Hinrunde nicht so gut lief, das ganze Theater mit der Präsidentschaftswahl war, mit Reschke und alles mögliche, warum versuche ich denn immer wieder mit Äußerungen, zum Beispiel dann eben in der Bild-Zeitung, Unruhe oder Staub aufzuwirbeln, Unruhe zu verursachen? Kannst du dir das erklären? Nee, eigentlich nicht. Also ich weiß es gar nicht, wahrscheinlich ging das Ganze ja nicht von ihm aus, sondern irgendein Journalist hielt es für eine gute Sache, ihn mal wieder zu fragen, wie es denn jetzt so ist. Und ich meine, man hätte natürlich auch einfach nach sportlichen Sachen fragen können, nach der Innenverteidigung und was er davon hält, dass ein defensiver Mittelfeldspieler jetzt Innenverteidiger ist. Das hat man nicht gemacht, sondern halt wieder so diese Präsidenten-Auswahls-Verfahrens-Geschichte nochmal aufgewärmt, die jetzt eigentlich auch niemand mehr hören kann, weil das ist ja alles dazu gesagt. Aber natürlich hat dann Guido Buchwald auch die Möglichkeit zu sagen, ich sage nichts oder ich möchte mich nur zum Sportlichen äußern. Hat er aber leider nicht gemacht. Aber andererseits finde ich, hat das Interview jetzt auch keine hohen Wellen geschlagen, weil das Thema glaube ich auch für die Fans und für die Mitglieder mehr oder weniger erstmal erledigt ist. Ja, sehe ich auch so. Aber ich finde es halt auf der anderen Seite sehr schade, weil trotzdem ist für mich Guido Buchwald schon eine Vereinsikone. Also diese Meisterschaft 92 zum einen, natürlich so das Ding schlechthin, das war so mein erster Titel, den ich mit dem VfB erlebt habe und wahrscheinlich auch der intensivste, muss ich im Nachhinein sagen. Also 2007 war auch grandios, ja. Und auch unter Löw der Gewinn des DFB-Pokals auch super. Aber 92, das waren für mich alles Götter, die da auf dem Platz standen. Und das änderte sich natürlich dann, als ich älter wurde. Und deswegen bedeutet er mir als Spieler so enorm viel. Und ich würde mir halt wünschen, dass Guido Buchwald hier in diesem Verein einfach so diese alte Spielerikone sein könnte, wie es vielleicht dann andere Spieler bei anderen Vereinen sind. Das ärgert mich halt so ein bisschen, dass es da immer diesen Stunk gibt und dass sich da immer so, ich weiß nicht, der eine oder andere Spieler sich irgendwie benachteiligt fühlt oder sonst irgendwas. Du hast es ja gerade eben angesprochen mit dieser Präsidentschaftskandidaten-Auswahl-Nummer. Da hat er auch gesagt, die Mitglieder haben im Oktober einstimmig beschlossen, also die Mitglieder des Vereinsbeirats, beschlossen, mich nicht für die finale Präsidentschaftskandidatur zuzulassen. Mit der fadenscheinigen Begründung, jetzt kommt's, ich hätte zu hohe finanzielle Forderungen gestellt. Als ich das in der offiziellen Vereinsmitteilung gelesen habe, bin ich aus allen Wolken gefallen. Es war ein Schlag, der noch immer tief sitzt. So, Sebastian, jetzt kommt bei mir der Hobbydetektiv hier raus. Der Vereinsbeirat hat zwar davon gesprochen, dass manche Kandidaten zu hohe oder überhaupt finanzielle Forderungen gestellt haben, aber die haben den doch nicht klar benannt. Es gab doch nie irgendwo die Aussage, dass Guido Buchwald derjenige sei, der zu hohe finanzielle Forderungen gestellt hat. Nee, könnte ich mich jetzt auch nicht dran erinnern, aber das stimmt. Aha! So, jetzt stellt euch bitte das Metal Gear Solid Geräusch vor, wenn der Soldat entdeckt wird. Denn hier scheint ja jemand offensichtlich genau zu wissen, wer ziemlich hohe finanzielle Forderungen stellt. Nämlich vielleicht dann doch der Guido selber. Also, ja, das ist für mich alles Kokolores, was da jetzt gerade im Nachhinein noch kommt. Ja, und vor allem, er verrät ja in dem Statement auch, dass der Vereinsbeirat einstimmig beschlossen hat, ihn nicht zuzulassen. Ich meine, das sind neun Leute, die alle unterschiedliche Meinungen, denke ich, haben. Und wenn alle der Meinung sind, dass er kein geeigneter Kandidat ist, dann würde ich sagen, dann gehe ich da mit. Also, dafür ist der Vereinsbeirat ja da, dafür haben wir ihn gewählt. Und wer sich den Vereinsbeirat anguckt, weiß, dass da auch Leute drin sitzen, die nicht immer einer Meinung sind. Und wenn alle sagen, nee, das lassen wir lieber, dann denke ich, wird das einen guten Grund haben. Also, ich bin da ganz bei dir. Ich würde mir wünschen, dass Guido Buchwald sich zum Sportlichen äußert. Sehr gerne sogar. Aber Vereinspolitik sehe ich es weiterhin so. Wenn er da wirklich was machen möchte, wenn er zeigen möchte, wie wichtig der Verein ist, gibt es da mit Sicherheit genügend Möglichkeiten zu. So wie er es aktuell tut, mit solchen Aussagen hilft er dem Verein eher nicht. Gut, Thema Buchwald abgearbeitet. Genau, vielleicht noch kurz dazu. Und wenn man immer hört und sagt, na, aber einer wie Guido Buchwald, der sollte ja auf jeden Fall irgendwie mit eingebunden sein und der sollte was im Verein machen, dann darf man nicht vergessen, also er war ja von nicht allzu langer Zeit noch Aufsichtsrat. Das ist jetzt schon kein ganz unwichtiges Amt. Er ist da zurückgetreten, hat vielleicht auch gute Gründe gehabt, aber ist ja nicht so, als ob er nie eingebunden gewesen wäre. Ja, er hat seine Möglichkeit gehabt. Und damals habe ich halt auch gesagt, also wenn du dem Verein helfen willst, dann machst du das am besten in der Position als Aufsichtsrat und gehst nicht einfach, weil dich jemand Arschloch nennt oder was weiß ich, was da für Worte gefallen sind. Ist auch scheißegal, was die beiden da miteinander haben oder hatten. Es sind halt zwei erwachsene Männer und wenn die das nicht hinbekommen, ein Problem aus der Welt zu schaffen. Also es ist ja wirklich wie im Kindergarten zeitweise. Gut, kommen wir zur Jugendabteilung und bevor wir über deinen Meet & Greet, Sebastian, wir müssen das jetzt auch reicher halten, mit Lig Ekloch sprechen, kommen wir zu U21, denn da hat sich noch was ganz Entscheidendes getan. Der VfB hat endlich einen Trainer gefunden. Oder auch nicht, denn der Interimstrainer bleibt weiterhin Trainer. Michael Egentner wird bis zum Saisonende die U21 betreuen. Er sagt, da mir die Wichtigkeit der Position bewusst ist, habe ich mich jetzt bereit erklärt, das Team bis zum Saisonende zu trainieren. Außerdem sind auch weiterhin Tobi Rathgeb mit dabei als Co-Trainer. Der Torwarttrainer wird Thomas weiterbleiben und Tobias Heizmann ist der Athletiktrainer. Also Paco Vaz ist der Einzige, der jetzt dann nicht mehr hier beim VfB aktiv ist. Ja, ich glaube, da brauchen wir nicht lange drüber sprechen. Ist einfach nur so eine Information am Rande. Genau, man hat ja dann irgendwie schon mitbekommen, so gerüchteweise, dass an der Personalie Frank Varenhorst, der aktuell noch auf Schalke tätig ist, schon was dran sein könnte, der aber dann erst zum Ende der Saison oder zur neuen Saison dann frei wird. Ja, also das ist das, was sich hartnäckig hält als Gerücht und müssen wir mal abwarten, ob es letztendlich dazu kommt. Ich sage mal so, wenn es weiter so funktioniert, wie jetzt gegen Nöttingen, nach dem Spiel 6 zu 1 gewonnen, dann kann der Herr Gentner auch gerne in der Regionalie das Team trainieren. Also das sah schon sehr, sehr gut aus, was die zweite Mannschaft da gezeigt hat. Die Vorbereitung war ja auch richtig gut, aber jetzt gegen Nöttingen hat es natürlich gezählt und was man so hört, es ist halt wirklich, dass die Mannschaft eine große Spielfreude an den Tag gelegt hat. Viel Kreativität konnte man bestaunen und dementsprechend fallen dann halt sechs Tore und da muss man natürlich auch wieder Tomic hervorheben, der mal wieder doppelt getroffen hat, Sokrafakis, der mir sowieso gefällt hat, wieder ein Tor erzielt. Söckler, der eingewechselt wurde, hat getroffen. Nick Betzner hat ein Tor erzielt. Also das sieht alles schon sehr, sehr gut aus und ich hoffe, man kann diese Frühform irgendwie konservieren und über die komplette Rückrunde dabei behalten. Dann sehe ich da wirklich keine große Gefahr, dass der VfB aufsteigt. Also ich habe jetzt heute gelesen, dass die meisten Trainer der Oberliga die Kickers auf Platz 1 tippen. Hat mich ein bisschen überrascht. Aber sie sind der Meinung, dass die Kickers die bessere Spieleinlage haben und mehr Erfahrung haben in der Oberliga. Ist aber auch nur ein Jahr. Nee, Quatsch. Doch. Zwei Jahre, oder? Wie lange sind die jetzt? Ich glaube, ja. Ich weiß es nicht genau. Ja, ich weiß nicht, dass die noch Sieggegas am Ende gewinnt. Von Regensburg keine Ahnung haben. Wie man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen sollte, das ist der Badmatz, der ausgeliehen wurde vom KSC, der zum ersten Mal gespielt hat, jetzt für den VfB 2 und gleich ein Tor vorbereitet hat und eins selber gemacht hat in der elften Minute des 1 zu 0. Interessanter Spieler. Vertrag läuft übrigens noch bis 2021 beim KSC. Habe ich gleich mal geguckt. Vielleicht kann man da irgendwas machen, dass der bei der zweiten Mannschaft bleibt. Guter Mann, glaube ich. In der Tabelle hat sich natürlich jetzt das Ganze etwas wieder zurechtgeruckelt, weil der VfB halt eben dieses Nachspiel hatte. Musste man ja auf Platz 2 überwintern. Jetzt ist man wieder Erster mit 37 Punkten, die Kickers und Göppingen mit 35 Punkten dahinter. Und am Samstag, den 29. Februar ab 14 Uhr könnt ihr in Ilshofen dabei sein, wenn der VfB gegen die schwächste Heimmannschaft der Oberliga spielt. Denn der TSV Ilshofen hat in neun Spielen nur acht Punkte geholt. Zu Hause. Ach so. Das ist nicht so viel. Ne, ist nicht viel. Dementsprechend sind sie auch auf Platz 17. Und ja, ich glaube, da haben wir ganz gute Chancen, den nächsten Dreier einzufahren. Sollen wir uns jetzt kurz die Blöße geben und sagen, wo Ilshofen liegt? Also das weiß ich jetzt wirklich. Ich glaube, ich weiß es auch. Das ist da so Richtung schwäbischer Wald raus, oder? Da hat auch der VfB das Testspiel bestritten. Ja, ja, genau. Das ist da Richtung Schwäbisch Hall hinten raus, würde ich sagen. Ja, ja, genau. Ich freue mich jetzt schon wieder auf den ersten Tweet, der dann sagt. Naja, das liegt wahrscheinlich am Bodensee oder so. Ne, aber ich bin auch der Meinung. Das geht da so Richtung Hohenloisches irgendwie raus. Ja, zwischen Schwäbisch Hall und Kralsheim. Ja, genau. Ich habe extra jetzt nochmal nachgegoogelt. Gut, konnten wir das auch klären. Aber was man vielleicht auch noch ganz kurz erwähnen sollte, Nikos Zografakis, Nick Betzner und Florian Kleinhansel durften am Dienstag bei den Profis mittrainieren. Also das ist auch wieder so ein kleines Zeichen gewesen, dass es ja schon unter Walter immer wieder gab, dass die jüngeren Spieler, die U21-Spieler und manche auch bei der U19, bei den Profis mittrainieren durften. Und das ist auch jetzt diesmal der Fall gewesen. Unter Matarazzo finde ich wichtig, dass die Jungs da berücksichtigt werden. Und ist ja zusätzlich nochmal ein Ansporn. Ansonsten ist das Thema U21 damit abgehandelt. Und wir gucken kurz zur U19. Und jetzt kommst du, Sebastian. Du bist ja am Samstag nach Stuttgart gefahren, in die Mercedes-Straße und konntest da dem Großen, möchte man fast schon sagen, Lee Egloff ganz nah sein bei seinem überraschenden U19-Einsatz gegen Eintracht Frankfurt. Was hast du zu berichten? Ja genau, also wahrscheinlich, wenn er jetzt dann irgendwann durchstartet, wird man ihm nie wieder so nahe kommen. Nee genau, er hat von Anfang an gespielt und hat über 90 Minuten ehrlicherweise komplett unauffällig gespielt. Außer in einer Situation, als er eine gelbe Karte wegen Meckerns gesehen hat. Aber ansonsten war das vermutlich nicht sein bestes Spiel. Wahnsinn, erzähl mehr. Aber aufregend, oder? Ich hänge an deinen Lippen. Wahnsinn, ja. Gut, also, der VfB hat sein Auftaktspiel. Nee, Quatsch, die haben ja letzte Woche schon begonnen mit der neuen Saison. Oder vor der Saison, ist ja egal. Auf jeden Fall haben sie 2-0 gewonnen gegen Eintracht Frankfurt. Das war ein wichtiger Sieg. Damit ist der VfB weiterhin auf Platz 1. Man sollte halt bedenken, dass Bayern und Mainz noch ein Spiel weniger haben. Aber die Mainzer ließen Punkte in Viert liegen. Das war schon überraschend, weil die sind 13. Da haben davor nur 6 Punkte aus 16 Spielen eingeheimst, die Vierter. Und da hat Mainz nur 2-2 gespielt. Das, ja, der tat weh, möchte ich mal sagen. Genau, und der VfB hat sich auch echt schwer getan. Also Frankfurt war am Anfang wirklich gut und auch offensiv, ohne sich jetzt so die richtig großen Chancen rausspielen zu können. Aber so die erste Halbzeit war es doch sehr ausgeglichen. Und ja, so in der zweiten Halbzeit hat man gemerkt, dass dann die U19 im VfB ins Rollen kommt. Und ja, Benedikt Hollerbach war sowieso ziemlich gut, fand ich. Der hatte auf beiden Flügeln eigentlich richtig Druck gemacht. Ist halt schnell und robust. Das war klasse. Und ja, vorher gab es nochmal einen Kopfballtreffer für den VfB nach einer Ecke. Aber dann fiel das Tor, wo man auch dann so das Gefühl hatte, dass der VfB jetzt seine stärkste Phase hat. Und nach, ja, war es dann rum. Also die haben das ähnlich souverän gewonnen, würde ich jetzt sagen, wie die Profis in Bochum, haben hinten wenig zugelassen, vorne dann endlich ihre Chancen genutzt und das dann relativ sicher nach Hause gebracht. Hat der mal Kandler gespielt bei Frankfurt? Weiß ich nicht. Aber das ist das größte Talent bei der Frankfurter U19. Der konnte schon... Also jetzt bei Frankfurt, der, gut, da kannte ich auch keiner, aber da war jetzt keiner, wo ich gesagt habe, boah, ist der gut. Der Torwart hat relativ viel halten müssen und war auch ziemlich gut. Aber ansonsten kann ich es dir tatsächlich nicht sagen. Aber ich kann jetzt nebenbei mal vielleicht ganz kurz... Du guckst, ich berichte so lange, dass der VfB, wie gesagt, weiterhin auf Platz 1 ist. Das habe ich ja schon gesagt, aber man muss noch nachtragen. Die Bayern haben sehr, sehr überzeugend zu Hause gegen Hoffenheim 6 zu 0 gewonnen. Richtig, richtig gutes Spiel gemacht. Und ja, das wird schon interessant zu sehen sein, ob der VfB dann im direkten Duell gegen die Bayern, ja, dann vielleicht schon so eine kleine Vorentscheidung schaffen können. in Sachen Meisterrennen. Denn ich gehe immer davon aus, dass die Bayern gegen Mainz gewinnen, sich dann vor den VfB schieben und dann kommt es halt auf dieses Duell Stuttgart gegen Bayern an. Also das wird spannend, ja. Aber hat sich gelohnt. Kein Markander. Kein Markander? Aber ein Spieler namens Nikola Komjenovic hat gespielt. Das ist doch bestimmt der Sohn vom Frankfurter Komjenovic aus unserer Zeit. Weiß ich nicht. Ich auch nicht. Ja, werden wir nicht herausfinden. Jedenfalls nicht in dieser Ausgabe. Aber das nur noch abschließend. Hat sich schon gelohnt, oder? U19 ist immer irgendwie, lohnt sich eigentlich so. Genau, nee, kann man also auf jeden Fall hingehen. Ist halt total, total relaxed. Ihr zahlt, regulär weiß ich es nicht, als Dauerkartenbesitzer zahlt man gar nichts. Als Mitglied zahlt, ohne Dauerkarte zahlt man 2,50 Euro. Also das ist es auf jeden Fall wert. Also hat Spaß gemacht, ja. Also, dann nutzt die Möglichkeit, besucht den VfB die U21 und die U19. Und natürlich, wenn ihr Bock habt, auch die U17. Aber ich glaube, ja. Also ein Punkt noch, wenn euch die Musik im Neckarstadion vor, während und nach dem Spielen auf den Zeiger geht, dann geht auch zu U19, weil da ist es wohl so, wie ich jetzt gelernt habe, wird vor dem Spiel, nach dem Spiel und glaube auch in der Pause, wird, glaube ich, die Playlist der Spieler gespielt. Und also Halbzeitmusik jetzt am letzten Samstag war Apache 207. Nicht, dass ich das gut finden würde, aber es ist mal was anderes als irgendwie die Fraktion oder die Fantastischen Vier. Ist halt eher so zielgruppengerecht dann. Weißt du, wo das auch so ist? Nee. In Leverkusen. Da dürfen die Spieler auch, also die Profis, im Vorfeld die Playlist bestimmen für Stadion. Deswegen lief da schon so Winnetou-Musik und so, als es dann danach die On-Field-Interviews gab. Aber das sind die Spieler, die sich da immer mal wieder einen Spaß draus machen. Und ansonsten muss ich da vielleicht noch eine kleine Kritik in Richtung VfB loswerden. Also Sebastian, du kannst es mit Sicherheit bestätigen. Wenn der VfB ein Tor schießt, dann läuft ja auch die Bro-Hymne, also unsere Bro-Hymne. Genau, von Pennywise, ja. Da bin ich mir nicht sicher, ob da einfach nur einer mit der Boombox auf dem Dach irgendwo steht. Also das ist, glaube ich, so mit die schlechteste Beschallung, die ich, also die kenne ich eigentlich sonst nur von der Kreisliga in der Art und Weise. Ja, das klingt halt wie diese ganz normale, also als ob die Musik abgespielt wird über diese Lautsprecher, wo sonst die Durchsagen gemacht werden. Bräuchte ich übrigens nicht, so eine Tor-Hymne bei einem U19-Spiel. Nee. Das ist sehr merkwürdig, aber gut, sei es drauf. Und wenn, dann vielleicht eine andere als bei den Profis. Ja, was könnte man da nehmen bei U19-Spielern? Also wie gesagt, ich kannte von den Songs, die da gespielt wurden, halt einen einzigen. Jugendkultur. Ja, irgendwas von den Rolling Stones vielleicht. Okay, jetzt lache ich hier so in das nächste Thema rein, das gar nicht lustig ist. Ja, das wird eine schwierige Überleitung. Dann erzähle ich noch eine Anekdote aus meiner persönlichen Kreisliga-Zeit. Wenn wir schon hier so über Kreisliga-Plätze reden, Sebastian, da erzähle ich dir mal von meinem Karriere-Ende sozusagen. Also pass auf, ich, also Karriere-Ende stimmt nicht ganz, ich durfte in der zweiten Mannschaft weiterspielen. Das war so, dass wir das letzte Spiel in der Saison gegen eine Mannschaft bestreiten mussten, die deutlich hinter uns stand. Aber für uns ging es um gar nichts mehr. Also wir konnten keinen Platz gut machen, wir konnten auch nicht mehr abrutschen. Die Saison war im Endeffekt gelaufen. Und ich habe ein Wochenende zuvor, habe ich eine Bekanntschaft gemacht, möchte ich mal so sagen, in einer Diskothek. Das war übrigens die Saison 99-2000. Und das sage ich jetzt deswegen, damit man zeitlich alles so ein bisschen einordnen kann. Also ich war das Wochenende zuvor irgendwie unterwegs, habe jemanden kennengelernt und die Dame wollte sich mit mir sonntags treffen. Und du weißt natürlich, diese Kreisliga-Spiele finden natürlich immer Sonntag statt. Da war ich in der Zwickmühle. Wie kann ich das jetzt machen? Ich weiß, unser Trainer legt unheimlich Wert auf Disziplin. Du kannst praktisch nicht hingehen und sagen, hey, ich habe da keine Zeit. Wenn du das sagst, bist du weg. Also brauchst du, ja, auch wenn es das letzte Spiel ist und es geht um nichts. Dann habe ich gedacht, ich bin ganz schlau. Ich gehe nicht zum Abschlusstraining, weil ich krank bin. Und wenn du nicht beim Abschlusstraining bist, spielst du nicht. Das war eigentlich so die Regel. Außer du bist einer der Allerbesten. Aber kann ich dir versprechen, zu denen gehörte ich nicht. Ich war einfach immer im Training und der Trainer musste mich aufstellen. Und dann dachte ich, so, das funktioniert hervorragend. Ich gehe einfach nicht zum Training. Und ja, davon habe ich auch meinen besten Kumpel damals berichtet. Der hat gesagt, ich kann nicht spielen, weil ich will mich unbedingt mit der Dame treffen. Und Abschlusstraining. Danach gab es immer eine Mannschaftssitzung. Da wurde dann bekannt gegeben, wer so spielt. Und dann gab es die große Überraschung. Der Trainer sagte, ja, ich wäre jetzt praktisch nicht da. Der Ricky ist nicht da. Aber der hat das die ganze Saison hervorragend gemacht. Und deswegen möchte ich ihn belohnen. Er darf am Sonntag trotzdem spielen. Mein Kumpel, der es einfach nur gut meinte, sagte dann, kein Problem, Coach. Sage ihm nachher noch Färbe, was für ein Kumpel. Also Färbe ist die Färberei in Reutlingen, wo wir uns am Donnerstag nach dem Spielerversammel immer noch getroffen haben, um Party zu machen, wie die jungen Leute sagen. So, was mein Kumpel nicht wusste, ist, dass ich unseren Trainer am Tag davor, oder vielleicht an dem Tag dann auch selber natürlich, angerufen habe, um mich zu entschuldigen. Tagheitsbedingt. Ich habe ganz, also, erkältet. Mir geht es überhaupt nicht gut, Fieber und was weiß ich. Und dementsprechend war das nicht so toll, dass er das dann so gesagt hat. Und das führte dann dazu, dass ich an diesem Spieltag nicht mehr spielen durfte. und in der darauffolgenden Saison auch nie wieder Kandidat für die erste Mannschaft war und nur noch für die zweite Mannschaft spielen musste. Was übrigens auch immer sehr, sehr unterhaltsam war, in der Kreisliga für die zweite Mannschaft spielen zu müssen, bedeutet, dass du manchmal eine Stunde vor Spielanpfiff dastehst und dir fehlt ein Spieler und dann der eigentlich eingeplante Schiedsrichter Spieler deiner Mannschaft wird und noch ein anderer Schiedsrichter kam, der sich gar nicht mehr bewegen konnte, weil er halt einfach zu alt war, aber halt einfach ausgeholfen hat. Ja, das war mein Karriereende. Ich glaube, sonst wäre es noch bergauf gegangen, weil ich war damals noch garantiert. Ja. Gut, jetzt können wir über ein Thema sprechen, das uns in den letzten Wochen leider Gottes sehr beschäftigt. Und zwar geht es nochmal um das Thema sexuelle Übergriffe. Da möchte ich erstmal zu Beginn was klarstellen, weil das der eine oder andere vielleicht in dem Fall schon heiß bekommen hat. Und zwar geht es darum, dass ich eigentlich mit meiner Aussage letzte Woche nicht den VfB angreifen wollte. Da ging es ja darum, dass ich gesagt habe, ich fordere, dass es da von Seiten des VfB Stuttgart, dass da mehr unternommen wird, mehr Möglichkeiten geschaffen werden, dass betroffene Frauen sich in Richtung Verein wenden können, wenn halt dann irgendwelche Übergriffe stattfanden. So, damit wollte ich nicht zum Ausdruck bringen, dass die Damen und Herren der Fanbetreuung zu wenig tun, dass der VfB zu wenig tut, sondern ich wollte damit darauf aufmerksam machen, dass das, was man bislang macht, zwar schon gut ist, aber dass man das vielleicht noch optimieren kann, dass da noch mehr rauszuholen ist. Inzwischen weiß ich, dass es Bestrebungen gibt, da tätig zu werden. Wir haben ja letzte Woche schon darüber gesprochen, dass der VfB Stuttgart auch eine Frauenbeauftragte hat, die man finden kann, wenn man es darauf anlegt, aber keinen direkten Kontakt hinterlegt hat auf der Seite des VfB Stuttgart. Hier kann man mit Sicherheit tätig werden in der Hinsicht, dass man dann halt irgendwie eine E-Mail-Adresse angibt oder Notfalltelefon oder dergleichen. Das fehlt mir so ein Stück weit. Aber ich konnte nach der Ausgabe mit der Frauenbeauftragten des VfB Stuttgart so ein bisschen in Kontakt treten und habe sie natürlich gefragt, wie sollen sich betroffene Frauen verhalten. Und ich glaube, das ist wichtig, dass man das dann auch mal öffentlich macht. Also sie meinte, wenn jemand angegangen wird, wäre der erste und sinnvollste Weg, sich an die Ordner zu wenden. Man kann sich an die Fanbeauftragten wenden, die natürlich bei Heimspielen vor Ort sind, auch bei Auswärtsspielen. Sie selber ist im Block 34 zu finden, das ist die Anne, sei wohl auch in Fankreisen bekannt. Ich, wie gesagt, kannte sie nicht und ich weiß auch von der Sarah, dass sie sie so vorhin nicht kannte, aber vielleicht kennt ihr dann die Anne, nach der kann man dann fragen. Und wenn sich jemand im Nachhinein melden möchte beim VfB, gibt es die Antje Bischot-Tittes, die sich als Fanbeauftragte um diese Belange kümmert. Also auch da gibt es die Kontaktmöglichkeit, findet ihr auf vfb.de. Ich glaube, es ist sehr wichtig, dass sich betroffene Frauen melden, damit natürlich auch der Verein ein Gefühl dafür bekommt, wie häufig sowas eigentlich passiert. Weil Sebastian, ich denke mal, das wird sich bei dir auch nicht geändert haben. Wir waren ja schon überrascht, wie normal das zu sein scheint. Ja genau, erschreckend normal. Und das ist halt das Problem, dass wir natürlich, weil uns das zum Glück sowas nicht passiert, da auch natürlich irgendwie gar nicht so das Augenmerk drauf haben. Und man geht halt ins Stadion und es ist halt alles irgendwie eine spaßige Sache. Und wenn man dann hört, wie vielen Frauen und dann vielleicht auch Männern es dann anders ergeht, weil das Erlebnis im Stadion dann halt völlig verdorben wird und irgendwie im Desaster endet, weil da irgendwelche Leute sind, die ihnen dann was antun. Wie oft wird das dann passiert? Das ist halt wirklich erschreckend. Ja, also, ja, viel mehr kann man dazu eigentlich schon gar nicht mehr sagen. Was ich mich noch gefragt habe, diese Einrichtungen für betroffene Fans in der Cannstatter Kurve beziehungsweise die Möglichkeit, mit dem Ordner zu sprechen, mit Fanbeauftragten, gut und schön. Aber was ich jetzt auch in den letzten Tagen mitbekommen habe, war zum Beispiel, dass es Übergriffe im VIP-Bereich gibt. Also auch, das muss man vielleicht auch nochmal sagen, wir haben ja jetzt in den letzten zwei, drei Wochen darüber gesprochen und es melden sich immer mal wieder dann Frauen, die von solchen Übergriffen berichten. Und nicht alle wollen öffentlich das Ganze dann irgendwie kundtun und möchten sich auch nicht immer dann gleich an den Verein wenden, aber sie haben uns davon erzählt. Und eine Frau schrieb mir halt eben auch, dass sie im VIP-Bereich als Hostess gearbeitet hat und dann da eben klar sexuell angegangen wurde. Oder, ja, übergriffig, dass ja Männer übergriffig wurden und ihr an den Arsch gelangt haben und so. Und da ist natürlich auch die Frage, an wen können sich diese Frauen wenden? Ich habe jetzt den Verdacht, dass natürlich dann auch die Anne da vielleicht die richtige Ansprechpartnerin wäre. Aber ich glaube, es ist nicht so einfach, dass man sagt, ja, man guckt jetzt einfach, dass die ganzen Chaoten, in Anführungsstrichen, schöne Grüße an Herrn Bahner, in der Kreinstatter Kurve beruhigt werden, beziehungsweise, dass es da irgendwelche Anlaufstellen gibt. Ich glaube, das Problem muss man schon etwas größer sehen und, wie gesagt, Möglichkeiten schaffen, dass sich Frauen an den Verein wenden können. Das ist übrigens, das muss ich auch noch sagen, natürlich kein VfB-exklusives Problem. Das scheint in allen Stadien gang und gäbe zu sein. Und es fällt mir wirklich schwer, darüber so zu sprechen, weil es ist für mich einfach ein Unding. Vielleicht können wir da auch noch ganz kurz eine Geschichte aufgreifen, die sich am Wochenende zugetragen hat, und zwar die von uns sehr geschätzte Eva-Lotter-Bohle, die auch hier bei uns schon zu Gast war, Bielefeld-Fan ist, war in Hannover im Stadion gegen Hamburg. Und da muss es wirklich auch richtig heftige Szenen gegeben haben, sodass sie sich zeitweise nicht mehr traute, alleine aufs Klo zu gehen und bis heute damit noch zu tun hat. Also das ist das, was ich ja auch letzte Woche schon meinte. Diese kleinen, vermeintlich kleinen, weiß ich nicht, Angriffe, sage ich jetzt mal. Also die Täter, die sehen das ja wahrscheinlich erst kein großes Problem an, aber für die Frauen ist es dann halt ein ziemlich großes Problem. Die haben halt wirklich eine fatale Wirkung unter Umständen auf das Leben einzelner Personen. Und ja, das ist halt dann nicht lustig oder irgendwas, sondern wie gesagt, das beeinträchtigt jetzt in diesem konkreten Fall eine Person massiv. Und ja, mir bleibt da wirklich die Spucke weg, dass das an allen Ecken und Enden plötzlich aufploppt, beziehungsweise vorher war ich darauf gar nicht so richtig eingestellt, war nicht dafür sensibilisiert, habe vielleicht auch gar nicht so genau zugehört. Und plötzlich bekommt dieses Thema eine Bühne und immer mehr Frauen melden sich, immer mehr Frauen erzählen, dass das eigentlich fast schon normal sei. Wir haben auch gelesen unter einem Artikel, der bei Rund um den Brustring erschienen ist, den da Max geschrieben hat, der heißt der alltägliche Sexismus im Neckarstadion, dass viele mehr oder weniger sagen, ja, damit muss man halt leben, wenn man als Frau ins Stadion geht, das ist schon harter Tobak, muss ich sagen. Ja, und man kann ja jetzt auch nicht, ich kann nicht für andere bestimmen, was jetzt normal ist und was nicht normal ist. Und wenn andere Menschen sich durch irgendetwas dann belästigt oder verletzt fühlen, dann ist es halt schlichtweg nicht okay. Und dann muss man daran was ändern. Und du hast ja zum Eingang gesagt, es ist irgendwie schade, dass wir darüber reden müssen. Aber andererseits ist es natürlich auch gut, dass jetzt gerade so viel darüber geredet und geschrieben wird, weil nur weil vorher das nicht thematisiert wurde, ist ja nicht so, dass es passiert ist. Sondern es wurde halt dann oftmals, Betroffene melden sich dann vielleicht nicht oder es wird dann halt wirklich nicht groß in die Öffentlichkeit getragen. Und die Tatsache, dass das jetzt halt anders ist, ist, glaube ich, eine ganz gute Sache. Denn es ist im Gespräch, die Vereine bekommen das mit und versuchen dann auch ihre Kommunikation zu verbessern, dass die Situation in den Stadien auch für Frauen wieder besser wird. Es gab auch eine interessante Podcast-Folge beim Podcast Früff, Frauen reden über Fußball. Sebastian, vielleicht kannst du da ganz kurz noch was dazu sagen. Genau, ich habe es gehört, war total interessant, weil dort wird das Thema natürlich jetzt auch nicht nur auf Vereinsebene besprochen, analysiert, sondern da geht es natürlich dann ja weitaus größer an diesen ganzen Themenblock. Und es gibt dann ein Netzwerk gegen Sexismus und sexualisierte Gewalt und die haben ein Handlungskonzept gegen sexualisierte Gewalt im Zuschauersport, Fußball erstellt. Und das ist total interessant, mal zu hören, worum es in dem Konzept geht, wer da mitgearbeitet hat und ja, welche Themen da eine Rolle gespielt haben. Und was, glaube ich, auch ganz wichtig ist für so Leute wie uns, die halt ja mit konkreten Fällen dann gar keinen Kontakt hatten, dass in diesem Handlungskonzept auch konkrete Fälle aufgegriffen werden und mit Handlungsratschlägen und wie man da vorgehen kann. Weil das eine ist natürlich, es passiert halt oft in der Kurve irgendwie was und dann gibt es eine Fanbeauftragte, die es in der Kurve dann anzutreffen. Es gibt Orten, aber natürlich passieren solche Sachen überall im Stadion und natürlich auch ums Stadion rum. Und es gab ja einen Fall dann bei Gladbach-Fans, glaube ich, da passierte sowas in einem Sonderzug. Und das ist natürlich dann total schlimm, weil da ja von außen dann erstmal auch niemand ran kann, um zu helfen. Und da wäre es halt wirklich wichtig, wenn alle Betroffenen, ja, dann wissen, was sie in dem Fall dann zu tun haben. Und ich habe für mich da auch so mitgenommen, es reicht halt auch nicht, sowas nicht zu machen. Das ist ja eine Selbstverständlichkeit, also nicht irgendwas zu machen, was jemand anders nicht möchte, sondern man muss halt weitergehen und auch vielleicht einfach ein bisschen die Augen offen halten, ob man im Stadion halt irgendwas mitbekommt. Und ja, da müssen wir, glaube ich, alle so noch ein ganzes Stück sensibler werden. Übrigens dieses Augen offen halten. Nee, erstmal muss ich sagen, die Frühfolge ist die Folge 10. Wer sich das nochmal anhören möchte, genau, kann das dort tun. Aber jetzt möchte ich nochmal darauf, auf diese Aufmerksamkeit kommen. Das fand ich auch interessant, was die Eva erzählt hat. Denn sie hat nämlich darum gebeten, dass die Männer, die sie dann immer wieder, ja, blabert haben, möchte ich eben so sagen, und despektierlich sich gegenüber ihr geäußert haben, hat sie immer darum gebeten, einfach mal die Klappe zu halten. Und das erfolgte natürlich nicht. Erst als der Vater, glaube ich, einer Freundin dann mal gesagt hat, Leute, jetzt reicht es aber wirklich mal, war dann Ruhe. Also hier sieht man genau das, was Sebastian gerade fordert. Wenn dann Leute von außen einschreiten, dann, ja, bewirkt das eher was, als wie wenn sich die Frauen versuchen zu wehren. Weil dann natürlich immer wieder diesen Spruch vielleicht dann auch kassierst, ja, Mensch, jetzt ziehe dich jetzt nicht so, oder es ist ja nur Spaß oder so. Ist halt kein Spaß. Genau, und das ist halt, wenn du halt, das wird auch thematisiert, wenn du halt, ja, in einer organisierten Fanszene unterwegs bist, dann bist du ja meistens einer Gruppe unterwegs und hast auch noch Leute um dich rum. Aber das ist ja nicht immer der Fall. Und ich weiß, bei uns zum Beispiel da im Block 47 E, da ist eine Dauerkartenbesitzerin und die sitzt da halt oft, ja, eher alleine. Und wenn die dann irgendwie ein unangenehmes Umfeld da hätte, ich glaube, die hätte erst mal niemanden, der direkt neben ihr sitzt, irgendwie bekannter Freund, was auch immer, der ihr dann zur Seite stehen könnte. Und da ist halt einfach wichtig, dass man da, ja, einfach die Augen vielleicht ein bisschen, Augen und Ohren ein bisschen offener hält als bisher. Ja, sehr interessant fand ich auch das Interview in der Zeit mit Helen Breit, das, ich glaube, schon etwas älter ist, ich glaube, vom November letzten Jahres. Da werden dann auch so ein paar, ja, Vorschläge unterbreitet, was Vereine tun könnten. Und einen Vorschlag fand ich zum Beispiel richtig toll, und da würde ich mich sehr freuen, wenn der in Stuttgart umgesetzt werden würde. Das sind zum Beispiel Flyer auf den Toiletten, ja, also dass es da Flyer gibt, wo dann konkrete Anlaufstellen benannt werden für betroffene Frauen. So etwas würde ich halt echt gut finden, wenn es das gibt. Es gibt, glaube ich, dann auch nochmal gesonderte Ordner, sodass Frauen wissen, die eben dann in so einer Situation sind, das sind jetzt die Ordner, die wirklich nur für dieses Thema zuständig sind. Auch darüber haben wir ja letzte Woche schon so ein bisschen gesprochen. Und auch da bin ich der Meinung, kann man ein bisschen mehr tun. Und wie gesagt, das betrifft nicht nur den VfB, sondern es betrifft allgemein vielleicht sogar unsere ganze Gesellschaft. Aber wir sind halt ein Fußball-Podcast, wir sind ein VfB-Podcast, deswegen beschränken wir uns auf diesen kleinen Raum. Aber im Prinzip ist das ein gesellschaftliches Problem, das muss man natürlich auch mal sagen. Also das findet ja nicht nur am Rande der Fußballspiele statt, sondern das hast du ja dann auf irgendwelchen Kirmessen, auf dem Vasen und was weiß ich wo überall, in Diskotheken. Ja, also das ist schon noch ein größeres Problem, aber das ist jetzt halt unser Mikrokosmos, um den es hier geht. Und wie gesagt, auch die Sprüche, die es dann halt so gibt, mit Mäuschen komm mal rüber, komm mal her. Ja, egal, ich erzähle das jetzt einfach. So einzelne Worte können auch eine Menge auslösen. Und was ich jetzt erzählen möchte, dass es mir passiert, als ich neun Jahre alt war, habe ich draußen halt gespielt und mein Nachbar hat sich ans Fenster gestellt und vor mir selbst befriedigt. Ja, und ich bin damit zu meinen Eltern, wir haben das Ganze der Polizei gemeldet, also ich habe es erst meinen Eltern erzählt, habe das Ganze dann der Polizei nochmal erzählen müssen und damit war für mich die Sache erledigt, also auch psychisch erledigt, hat für mich überhaupt keine Rolle gespielt. Vier Jahre später hat dann bei mir zu Hause jemand angerufen oder bei uns zu Hause, ich war aber alleine zu Hause und der wollte so wissen, ob meine Eltern zu Hause sind und sagt dann, nachdem ich das verneinte, ob ich ihm den Gefallen tun könnte, sich für mich selbst zu befriedigen. Und das hat dann dieses Ereignis oder grundsätzlich irgendwas bei mir ausgelöst, mit dem ich eigentlich heute noch zu tun habe. Also ich leide heute noch unter Angststörungen, das hatte ich nach diesem ersten Vorfall nicht, das kam alles erst nach diesem Anruf. Ich habe heute dann auch manchmal noch andere Probleme, die halt einfach dadurch wahrscheinlich entstanden sind, dass mir das damals passiert ist. Auf was ich zu sprechen kommen möchte ist, man kennt nie die Geschichte einzelner Menschen. Und wenn jemand der Meinung ist, man müsse jetzt hier anzügliche Kommentare machen, kann das gravierende Folgen für einzelne Personen haben. Und man sieht das den Menschen von außen nicht an. Und deswegen ist es halt wirklich wichtig, dass man das auch nicht nur so aus so einem Gruppeneffekt heraus macht und versucht cool zu sein oder so. Die Folgen sind einfach gravierend. Und das kann Leben zerstören. Und ich brauchte bestimmt 10, 15 Jahre, bis ich eine Möglichkeit gefunden habe, mit eben diesen Angststörungen umgehen zu können, beziehungsweise die zu besiegen, sage ich jetzt mal. Für mich war es Kampfsport. Ich habe dann verschiedene Sachen probiert. Und für mich war es dann Jiu-Jitsu. Und seitdem ich das mache, habe ich diese Probleme nicht mehr. Aber nicht jeder hat das Glück, dass er vielleicht nur eine leichte Angststörung davon trägt und eben keine gravierenden psychischen Probleme. Und ja, ich finde, dass man da sensible umgehen muss mit solchen Themen. Und auch wenn ihr das hört und der beste Kumpel macht den Spruch, ja, dann ist es vielleicht auch Zeit für euch, kurz einzuschreiten und zu sagen, das war jetzt nicht so prall. Ja, genau. Also ich meine, das ist eigentlich ja grundsätzlich alles, also sei es im Stadion oder im grundsätzlichen Miteinander, irgendwie immer auf den Satz kann man es ja runterbrechen, seid einfach keine Arschlöcher. Wenn sich jeder halt vernünftig verhält gegenüber anderen, dann haben wir alle unseren Spaß im Stadion oder sonst wo. Und darum geht es ja. Gut, also vielleicht ergibt sich da in den nächsten Monaten oder am besten Wochen was, dass der VfB da sich besser aufstellt und ja, wir alle im Einzelnen können was dafür tun, indem wir aufmerksam sind. Und wie gesagt, ruhig mal nachfragen, wenn es euch irgendwie merkwürdig vorkommt. So, gut. Bei dem Thema weiß ich immer danach nicht so richtig, wie ich dann eigentlich so mit diesem ganz normalen kleinerer Dutsch weitermachen soll. Aber dann versuche ich es einfach. Es gibt wieder Aufkleber. Und zwar STR-Aufkleber. Es gibt natürlich auch andere Aufkleber, aber hier im STR-Podcast ist es natürlich dann der STR-Aufkleber, der euch finden soll. Wenn ihr Interesse habt an STR-Aufklebern, dann könnt ihr uns auf Twitter, Facebook und Instagram eine Nachricht schicken. Am besten eine DM, also eine Direct Message. Denn wenn ihr einfach nur, weiß ich nicht, auf Twitter, at VfBSTR schreibt, wir brauchen 10 Aufkleber, dann geht das manchmal ein bisschen unter. Nicht, weil wir so super hot gerade sind oder sonst irgendwas, was, sondern das fällt mir halt schwer, dann später nochmal darauf zuzugreifen und mich daran zu erinnern, dass es halt einen Tweet gab, da wollte jemand einen Aufkleber oder so. Deswegen am besten wäre es, ihr schickt mir einfach nur eine Direct Message mit eurer Adresse. Dann weiß ich schon Bescheid. Das Ganze ist for free, also ihr müsst dafür nichts bezahlen. Ich schicke euch das Ganze zu. Seht es mir nach. Wenn es nicht nach drei Tagen schon bei euch ist, kann sein, dass es eine Woche, zwei Wochen dauert. Ich muss mir jetzt erstmal wieder ein System überlegen, dass ich auch ja niemanden vergesse. Aber wie gesagt, es ist for free. Deswegen kann man, denke ich mal, damit leben, wenn es etwas länger dauern sollte. Aber prinzipiell, at VfBSTR auf Twitter und Instagram, at Vf3STR auf Facebook sind die Anlaufstellen. Dann, wie gesagt, Direct Message an uns, an mich. Und ich werde dann euch Aufkleber zusenden. Wenn ihr schon mal Aufkleber bekommen habt, das ist mir scheißegal. Ihr könnt auch nochmal welche anfordern. Der einzige Grund, warum ich da keine 100 Aufkleber in den Umschlag packe, ist das Porto. Prinzipiell ist mir das egal. Ich schicke euch auch zehnmal irgendwie Aufkleber zu, wenn es sein muss. Aber wenn du dann mit so einem Riesenpaket da ankommst, ist es halt teurer als ein Brief. Deswegen schicke ich immer so zehn, elf, zwölf Aufkleber. Und wie gesagt, wenn ihr da nochmal welche wollt, einfach Bescheid sagen. Wenn ihr mich im Stadion trefft, könnt ihr natürlich auch nachfragen. Ich habe in der Regel immer welche in der Tasche. Ich werde beim nächsten Becherpfand auch wieder welche mitbringen. Sebastian werde ich auch noch irgendwie welche zukommen lassen, dass der dann ein paar verteilen kann. Also sprecht uns ruhig drauf an. Und wir freuen uns, wenn ihr unsere Aufkleber gerne, weiß ich nicht, bei euch auf dem Computer klebt. Nur? Ja, überall hin. Nein, Sebastian, da muss ich wirklich entsprechen. Genau. Bitte beklebt auf gar keinen Fall Verkehrsschilder, Laternen, fremde Autos, Haustiere, Nutztiere und andere Säugetiere. Das ist ja klar, wenn ich sage, überall hin natürlich, nur überall dorthin, wo man das auch darf. Genau. So wie es ja jeder macht. Gut. Dennis, wie gesagt, braucht unsere Unterstützung und ihr könnt wie immer die Artikel über Dennis auf vfbstr.de nochmal nachlesen. Da sind zwei verlinkt und ihr könnt natürlich auch Dennis unterstützen. GoFoundMe ist da die richtige Anlaufstelle. Auch das ist verlinkt und es fehlt nicht mehr so viel Geld und ich würde mich einfach freuen, wenn wir das noch hinbekommen, bevor der VfB in die zweite Liga aufsteigt. In die erste. Ja, natürlich in die erste. Und damit meine ich nicht 2021, sondern noch dieses Jahr. So, jetzt wird es dann Zeit, dass ich nach Hause gehe und mich erstmal wieder beruhige. Aber, Sebastian, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du dir wieder Zeit genommen hast, mit mir so ein bisschen über den VfB Stuttgart zu sprechen. Aber gerne. Das hat mir Spaß gemacht. Es fehlt natürlich noch der obligatorische Hinweis auf deinen Twitter-Handle at Butze ist es in dem Fall. Diesmal ist mir gar kein Tweet von dir in Erinnerung, der mich besonders zum Lachen gebracht hat. Heißt nicht, dass es den nicht gab. Ich glaube, in den letzten Tagen auch war ich gar nicht so aktiv. Stimmt. Also, da kommt dann noch was. Da kommt ja. Und uns, das habe ich ja schon gesagt, findet ihr unter at vfbstr. Wenn ihr da kritiklos werden wollt oder einfach eure Meinung zu den Folgen, könnt ihr das gerne tun. Und dann sind wir eigentlich durch mit der Folge. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt und bis nächste Woche. Ciao. Bis dann. Ciao, ciao. 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 Vielen Dank.